Hallo, ich bin Lee und heute lesen wir einige der schönsten Märchen von Heinrich Seidel. Möchtest du keines unserer Hörbücher mehr verpassen? Dann klick einfach gratis und unverbindlich auf Abonnieren und die kleine Glocke. Das versunkene Schloss Im Norden von Deutschland gibt es zwar keine eigentlichen Gebirge, wohl aber stattliche Hügelzüge, die im Verein mit großen blauen Seenflächen, weiten Wiesentälern und alten mächtigen Waldungen diesen Gegenden ihre eigentümliche Schönheit verleihen. Inmitten eines solchen Landstriches, am Fuße einer dieser Hügelreihen, war eine kleine Stadt gelegen, deren Bewohner zum größeren Teil aus friedlichen Ackerbürgern, zum kleineren Teil aus Handwerkern bestand. In den stillen Straßen wuchs das Gras, und über die alte, bröcklige Stadtmauer spannende Efeu seine Ranken. In der Mittagszeit, wenn alle Leute in ihren Häusern bei Tische saßen, konnte man denken, die Stadt sei ausgestorben oder ein Zauberschlaf versunken. So still und einsam war es dann. Am meisten Leben zeigte sich noch des Abends, wenn die Jugend auf den freien Plätzen lärmend ihre Spiele trieb, die Leute auf den Bänken vor ihren Türen saßen und die von der Weide heimkehrenden Kühe brüllend durch die Straßen wandelten, um ihre Ställe aufzusuchen. Nur der Jahrmarkt und das Schützenfest brachten etwas mehr Bewegung in diesen stillen Erdenwinkel. Das Letztere ward in dem Wald gefeiert, der den benachbarten Höhenzug bedeckte. In der Senkung zwischen den Hügeln befand sich die Schießbahn, und auf einem freien Platze im Walde waren die Buden aufgebaut, die sowohl den Bedürfnissen des Leibes als auch der Schaulust reichliche Nahrung boten. Da war der fremde Kuchenmann, der mit heiserer, aber unendlich verlockender Stimme seine schön verzierten Honigkuchen und Herzen ausbot und zahllose Schätze von Bonbons in allen Farben des Regenbogens entfaltete. Da war die dickste und schönste Dame der Welt, 18 Jahre alt und 307 Pfund schwer. Dann die Seejungfrau, das größte Meerwunder aller Zeiten, leider nur ausgestopft, aber darum nicht minder seltsam. Da war der prophetisch begabte Mann, der gegen geringes Entgelt jeglichen Einblick in die Geheimnisse der Zukunft tun ließ. Da war die mit reichen Schätzen ausgestattete Bude, wo man gegen den Einsatz von nur einem Groschen die seltsamsten und teuersten Dinge gewinnen konnte, sogar als höchstes eine altehrwürdige Taschenuhr, zur Klasse der Butterbuchsen gehörig, die wirklich ging, wie jeder sich durch Augenschein überzeugen konnte. Da nun in der Stadt ein würdiger Kreis lebte, der vor vielen Jahren bei solcher Gelegenheit wirklich eine Uhr gewonnen hatte, welches Ereignis einen Höhepunkt in seinem Leben bildete, so war natürlich die Verlockung, in gleicher Weise das Glück zu versuchen, für jung und alt beträchtlich. Zu weit würde es führen, wollte ich alle Herrlichkeiten ausführlich aufzählen, die bei dieser Gelegenheit zu freudigem Genüsse einluden. Ich will nur kurz das Karussell, das Puppentheater und den Tanzplatz erwähnen, all wo sich bei den Weisen von vier Stadtmusikanten die Jugend unablässig im Kreise drehte. Ich will nur vorübergehend erinnern an die Gastzelte, wo das edle Bier in Strömen verschenkt wurde, als dass sich selbst die solidesten und ehrsamsten Schützenbrüder am Abend etwas unsicher auf den Beinen fühlten und beim Einmarsch in die Stadt kein besonderes Schauspiel darboten. Diese Zeit, wo sich das Leben der kleinen Stadt zu seiner Taumelhöhe entfaltete, war die einzige, in der die meisten der erwachsenen Einwohner den Hügelwald besuchten, außer es handelte sich um eine Holzauktion oder dergleichen. Denn die guten Ackerbürger und ehrsamen Handwerker zogen es vor, wenn sie sich zu einem Sonntagsspaziergange aufschwangen, in ihren Feldern das Wachstum zu betrachten und sich freundlichen Spekulationen über den Ernteertrag und den Stand der Kartoffeln hinzugeben. Zu allen Zeiten aber ward der Wald besucht von der Jugend und von den Armen, von Kindern, die Blumen suchten oder Vogelneste oder Bären, je nach der Jahreszeit, von unternehmenden Knaben, die sich in den buschigen und verwachsenen Abhängen Räuberhöhlen anlegten, von Armen, holzlesenden Weiblein und dergleichen. Nur einen Ort gab es in diesem Walde, der von den meisten gemäden ward. Das war der von Bäumen entblößte und nur mit niederem Buschwerk bestandene Gipfel des großen Hügels. Dort fanden sich, ganz überwuchert von wilden Rosen, Weißdorn, je länger, je lieber und ähnlichen Sträuchern, einige Überreste von einem alten Mauerwerk. Und es ging die Sage, dort habe in grauen Zeiten ein großes Schloss gestanden, das aber in einer stürmischen Gewitternacht zur Strafe für den Frevel und die Bosheit seiner gottlosen Bewohner mit Mann und Maus in die Tiefe gesunken sei. An diesem Ort sollte es nicht geheuer sein. Manche wollten den alten Schlossvogt, ein kleines graues Männchen, das die Schätze in dem versunkenen Gemäuer zu bewachen hatte, am hellen Tage mit kläglichem Seufzer dort haben herumwandern sehen. Nächtlich hatten andere dort Feuer und blaue Flammen erblickt, wie sie die Anwesenheit verborgener Schätze andeuten. Und schneidende Klagelaute, deren Ursprung unerklärlich war, hatte man dort in stiller Mittagsstunde vernommen. Das Merkwürdigste war aber, dass sich dort, verborgen zwischen dem Gestrüpp, eine Öffnung befinden sollte, die über Kirchturmtief in den Berg hinabreichte. Manche behaupten, sie gesehen zu haben. Sie hatten Steine hinabgeworfen und gehorcht, aber niemals vernommen, dass diese unten aufschlugen. Andere mutige und neugierige Leute hatten weder nach dieser Öffnung lange gesucht, aber nichts gefunden. Es sollte dies die Ausmündung des Hauptschornsteins der versunkenen Burg sein und zuweilen sogar Rauch daraus hervorkommen. Alle diese Dinge waren den meisten so unheimlich, dass der Gipfel dieses Hügels gemieden ward, obwohl man dort eine herrliche Aussicht hatte auf die alte Stadt, auf das weite Wiesental mit dem gewundenen Fluss und die dämmernden Wälder in der Ferne. In der Stadt lebte eine Anzahl von unternehmenden Knaben, die unter der Anführerschaft eines braunhaarigen Jungen namens Bertram standen. Dieser war gewissermaßen ihr Räuberhauptmann, denn es muss gesagt werden, dass sich diese sechs Verbündeten weniger durch ihre Leistungen in der Schule als durch zahlreiche Streiche auszeichneten, die sie gemeinschaftlich ausführten. In der Dunkelheit Bindfaden über die Straße zu spannen, die den ehrsamen Bürgern die Hüte von den Köpferissen, räuberische Ausflüge in fremde Obstgärten, Fischfang- und Vogelstellen, nächtliches Abfeuern von Kanonenschlägen, verbotene Schießübungen und dergleichen Unfug waren ihre Lieblingsbeschäftigung. In dem Abhang des Hügelwaldes hatten sie wohlverborgen im Gestrüpp eine Räuberhöhle angelegt, wo sie ihre geraubten Obstschätze aufbewahrten, verbotene Pfeifen rauchten und sonst allerlei unerlaubte Dinge trieben. Bertram hatte sich durch seinen gewalttätigen Charakter, seine Körperstärke und Entschlossenheit zum Anführer dieser kleinen Bande aufgeschwungen, und ihm wurde unweigerlicher Gehorsam gezollt. Eines Tages streifte diese Gesellschaft dort am Abhang umher, als sie eines Knaben namens Roland ansichtig wurde, der in den entfernteren Teilen des Waldes sein stattliches Körbchen mit Himbeeren zum Verkauf gesammelt hatte und damit nach Hause gehen wollte. Er war der Sohn einer armen Witwe, die sich kümmerlich von ihrer Hände Arbeit ernährte und darin von ihrem Sohne, soweit es in seinen Kräften stand, unterstützt wurde. Die Knaben hatten ihn kaum bemerkt, als sie ihn auch schon umringten und die gesammelten Früchte für gute Beute erklärten. »Wie gut, dass du die Himbeeren für uns gesucht hast!«, sagte Bertram und streckte die Hand nach dem Korbe aus. Allein Roland umklammerte diesen, hielt seine Hand schützend darüber und rief, »Ihr dürft sie nicht nehmen, ich habe den ganzen Tag daran gesammelt, und meine arme Mutter braucht das Geld.« »Ach, sie werden uns ebenso gut schmecken wie dem Advokaten oder dem Kaufmann am Markt, wo du sie verkaufst!«, sagte Bertram. »Her damit!« Roland sah nun wohl ein, dass er gegen die Übermacht nichts ausrichten würde, allein als kam ihm ein anderer Gedanke. »Wenn ihr versprechen wollt, mir die Himbeeren zu lassen,« sagte er rasch, »so zeige ich euch etwas, das ihr lange gesucht habt. Ich habe das Loch auf dem Burgberge gefunden, wo es in das versunkene Schloss hinabgeht.« »Ach, was wirst du da gefunden haben,« sagte Bertram, »wo wir schon so lange gesucht haben, das sind Ausflüchte.« »So hört doch nur,« rief Roland eifrig, »ich weiß dort, wo die alten Steine liegen und so viele dichte Dornen stehen, einen Ort, auf dem die allerschönsten Himbeeren wachsen. Nur an einer Stelle kann man zwischen dem Gemäuer und den großen Dornenbüschen durchkriechen, da kommt man an einen Fleck, der rings von dem dichtesten Gestrüpp eingeschlossen ist. Heute habe ich dort wohl den halben Korb voll Himbeeren gesammelt. Während ich pflückte, kam mir schon immer ein sonderlicher Geruch in die Nase, es war gerade, als wenn meine Mutter Eierkuchen backt, und zuletzt sah ich in der Mitte des Platzes, wo der Boden etwas erhöht war, einen leichten Dampf aufsteigen. Ich dachte, was kann denn dort brennen, und es ward mir ganz unheimlich zumute, denn mir fiel ein, was man alles von dem Ort erzählt, und dass es dort nicht geheuer sein soll. Allein ich fasste Mut, schlich mich näher und bemerkte nun, dass dieser Rauch zwischen Gras und dichtem Rankenwerk hervorkam. Mit einem Stock schob ich dies beiseite, und ein schwarzes Loch wie von einem großen Schornstein ward frei. Vorsichtig kroch ich heran und horchte, allein ich konnte nichts wahrnehmen als ein leises Zischen und Schmoren in der Tiefe. Da überfiel mich die Angst, und ich machte, dass ich fortkam. Wenn ihr mir nun die Hand darauf gebt, mir meine Himbeeren zu lassen, so zeige ich euch das Loch. Die Knaben hatten mit der größten Aufmerksamkeit und Spannung zugehört. Bertram streckte seine Hand aus und rief, »Dort müssen wir hin! Schlag ein, Roland!« Dieser tat es, und alle stiegen nun den Hügel hinauf und krochen unter den Dornen hindurch, um diese wunderliche Entdeckung in Augenschein zu nehmen. In dem eingeschlossenen Raume war es schwül, denn die Sonne brannte hinein, und die dichten Dornbüsche ringsum hielten jeden Luftzug ab. Ein schwerer Duft, wie ihn die Sommerhitze erzeugt, wenn sie auf gewürzigen Kräutern brütet, war rings verbreitet. Die Knaben waren still geworden und starrten ein wenig bänglich auf die finstere Öffnung im Boden hin. Es stieg kein Rauch mehr daraus hervor, und allmählich wurden sie dreister, schlichen herzu und blickten, rings auf den Knien liegend, in die dunkle Tiefe hinab. Dabei löste sich ein Steinchen und stürzte in den Abgrund, allein, so angestrengt sie auch lauschten, sie vernahmen nicht, dass es unten aufschlug. »Große Schätze sollen dort liegen«, sagte Bertram, »wer dort hinunter könnte.« Ein Gedanke schien ihm zu kommen. Er flüsterte einem seiner Genossen, dem Sohne eines Seilers, etwas ins Ohr, dieser koch hinaus und sprang in der Richtung auf die Stadt, eilig den Abhang hinab. Die Knaben erzählten nun, was der eine oder andere über das versunkene Schloss gehört hatte. Zwischendurch starrten sie wieder in die Tiefe und heuchten, allein nicht das Geringste war vernehmlich. Noch einer Weile kehrte der Abgesandte zurück und brachte eine sehr lange Wäscheleine mit sich, und Bertram sprach, »Einer von uns muss dort hinabsteigen, wir binden ihm das Seil um den Leib und lassen ihn vorsichtig hinab. Wer von euch hat Lust dazu?« Allein keiner meldete sich zu diesem Unternehmen. Bertrams Augen fielen auf Roland. »Dieser«, sagte er, »hat das Geheimnis aufgefunden, außerdem ist er der leichteste und behändeste, wir wollen ihn hinunterlassen, dass wir erfahren, was auf dem Grunde verborgen liegt. Da auf diese Weise die anderen frei ausgingen, fanden sie sämtlich den Vorschlag sehr gut und angemessen, jedoch Roland bekam einen tödlichen Schreck und wünschte, er hätte seine Himbeeren geopfert und das Geheimnis für sich behalten. Jedoch, ob er sich auch sträubte und wehrte, es half ihm nichts. Das Tau ward um seinen Leib geschlungen, und trotz seiner flehentlichen Bitten ward er mitsamt seinem Korbe, den er krampfhaft festhielt, langsam in das Loch hinabgelassen. Das Seil war fast zu Ende, als es sich krümmte und seine Spannung nachließ. Allein es war ganz leicht und schien offenbar leer zu sein. Sie ließen es wieder hinab und riefen in die Öffnung hinein, allein es kam keine Antwort. Dann zogen sie es wieder an, und nun schien ihnen das Seil wieder beschwert zu sein. Allmählich wandten sie es empor, und als das Ende kam, sahen sie, dass auch wirklich etwas daran hing. »Na, Roland, wie war's?« riefen sie schon, allein »wie entsetzten sie sich, als sie bemerkten, dass es nicht der Knabe war, der an dem Tau hing, sondern eine tote Katze?« Alle schrien laut auf und liefen davon. Da nun jeder so schnell wie möglich aus dem engen Eingang hinaus wollte, so waren sie einander hinderlich, drängten sich und stießen sich in den Dorn und schrien, denn alle hatten die unbestimmte Angst, es möchte noch etwas viel Gräulicheres und Entsetzlicheres hinterherkommen. Als sie sich endlich blass und zitternd draußen wieder gesammelt hatten, gaben sie sich gegenseitig das Versprechen, fürs Erste von diesem Vorfall zu schweigen, und begaben sich sehr niedergeschlagen in die Stadt zurück. Nachdem Roland unter Furcht und Zittern eine lange Weile, wie ihm dünkte, in dem engen Raum hinabgeglitten war, merkte er, dass es heller um ihn wurde. Er erkannte die Wände, die ihn umgaben, und das Gefüge der Steine. Dann wurde der Raum noch weiter und heller, und plötzlich fühlte er den Boden unter seinen Füßen. Unwillkürlich streifte er das Seil ab, das ihn gedrückt hatte, und sah sich um. Er stand auf dem Herde einer großen Küche, die mit glänzendem Kupfer und Zinngeschirr reichlich versehen war. An einem Küchentisch saß ein kleiner, alter, grau gekleideter Mann mit einem Schlüsselbund an der Seite und das Eierkuchen. Dieser kam auf ihn zu, blickte ihn finster aus kleinen schwarzen Augen an und sprach, »Unglücklicher, kommst du freiwillig an diesen Ort?« Roland erzählte zitternd, wie es ihm ergangen war. Der Alte lächelte. »Das ist gut«, sagte er. »Kämst du aus freiem Antrieb, so würdest du die Welt nie wiedersehen.« Dann nahm er etwas hinter dem Herde hervor, das Roland nicht erkennen konnte, und machte sich mit dem Seile zu tun, das eben wieder herabgelassen wurde. Es war Roland, als höre er aus weiter Ferne seinen Namen rufen. Dann führte der Alte den Knaben an den Tisch und hieß ihn von dem Eierkuchen essen. Dabei bemerkte er den Korb mit Himbeeren und spitzte schmunzelnd die Lippen. »Ei, mein Junge«, sagte er, »was hast du da mitgebracht? Willst du mir die Früchte verkaufen?« Roland dachte, es würde gut sein, sich diesen Mann zum Freunde zu machen, und sagte, »ich schenke sie euch.« »Ei, du freundlicher Knabe«, sagte der Alte, »das will ich dir danken, das will ich dir danken.« Damit langte er mit spitzen Fingern in den Korb und verzehrte einige der Himbeeren unter sichtlichem Behagen. Die Übrigen schüttete er in eine Schüssel und stellte sie sorgfältig in einen Schrank. Dann gab er Roland den Korb zurück und sprach, »Folge mir!« Er führte ihn nun durch die prächtigen Hallen und Räume des versunkenen Schlosses, bis sie an eine mächtige, eiserne Tür gelangten. Diese öffnete der Alte, und die Schatzkammer tat sich vor Rolands erstaunten Blicken auf. Dort lagen wir auf einem Kornboden in mächtigen Haufen Perlen, Edelsteine und Goldstücke aufgespeichert. Von der Decke hing eine strahlende Lampe hernieder, und es funkelte, blitzte und glänzte in diesem Raum, dass es fast die Augen blendete. Der Alte nahm den Korb und füllte ihn mit diesen kostbaren Dingen an. Er war dadurch so schwer, dass der Knabe ihn kaum zu tragen vermochte. Dann führte ihn der Alte durch einen langen, schmalen und dunklen Gang, schloss seine kleine Tür auf, und plötzlich strahlte ihm das helle Tageslicht entgegen. Er streichelte dem kleinen Roland die Wangen und sprach, »Hab Dank für die schönen Früchte. Seit hundert Jahren habe ich dergleichen nicht mehr gesehen und geschmeckt.« Damit schob er ihn hinaus, und die Tür fiel krachend ins Schloss. Als ich Roland umsah, war keine Spur von einem Eingang zu bemerken, nur grüner Rasen bedeckte gleichmäßig den Abhang des Hügels, an dessen Fuß er stand. Aber wie sonderbar, eine kühle Morgenluft wehte ihm entgegen, und es war doch so schwül gewesen, als er seine unfreiwillige Fahrt angetreten hatte. Nach seiner Ansicht musste es jetzt Abend sein, aber dort, wo die Sonne über den Dächern der alten Stadt tief am Himmel stand, war ja Osten. Für wahr, der Tag und die ganze Nacht waren vergangen, während er in dem versunkenen Schlosse gewesen war. Roland dachte an seine gute Mutter und an die Angst, die sie um seinetwegen gewiss empfand, und eilte, soviel es die schwere Last in seinem Korbe zuließ, der Stadt zu. Hei, wie aber sein Schatz von Gold und Edelgestein in der Sonne blitzte und funkelte und Strahlen von sich warf! Er raufte schnell ein wenig Gras und Moos aus und deckte ihn damit zu. Dicht vor dem Tore begegnete ihm Bertram mit seinen Genossen. Die Knaben waren noch ganz verstört und wollten wieder auf den Burgberg und noch einen Versuch mit dem Seiler anstellen. Ihr freudiges Erstaunen, als sie Roland munter und wohlbehalten vor sich sahen, und ihre Verwunderung, als er sie einen Blick auf seine kostbaren Schätze tun ließ, war groß. Sie eilten so schnell sie konnten auf den Hügel und stritten sich unterwegs darum, wer zuerst in das Loch hinabgelassen werden sollte. Als sie aber oben anlangten, war, soviel sie auch suchten, keine Spur der geheimnisvollen Öffnung mehr zu finden. Sie durchkrochen auf den Knien sämtliche Dornengebüsche und stüberten im Schweiß ihres Angesichtes den ganzen Tag dort umher. Allein alles war und blieb vergeblich. Der kleine Roland und seine Mutter aber waren durch den Schatz des alten Schlosshüters reiche Leute geworden und hatten genug an Geld und Gut für ihr ganzes Leben. Der Zwergenwald Am Rande eines breiten Wiesentales, das in vielen Windungen von einem klaren Bach durchströmt wurde, lag ein ausgedehnter Wald, wo dieser Bach seinen Ursprung nahm, indem er dort aus vielen rieselnden Quellen zusammenströmte. Dort war es lustig und grün, die Vögel wohnten da gern und sangen gar eifrig den Frühling und Sommer hindurch, und wenn man dort wanderte, so freute man sich der vielen plätschernden Wässerchen, die aller Orten wie spielend einherliefen und freundlich aus Farnkraut und üppigen Pflanzen hervorblitzten. So herrschte denn im Sommer eine rechte grüne Kühlung in diesem Walde, und das mochte wohl den Zwergen besonders gut gefallen, von denen hier ein kleines Völkchen seinen Wohnsitz aufgeschlagen hatte. Sie hausten in den höher gelegenen Teilen des Forstes, wo man hinter bemoosten Granitblöcken oder zwischen den knorrigen Wurzeln mächtiger Eichbäume die Eingänge zu ihren Höhlen bemerken konnte. Ein Holzhauer hatte einmal erzählt, er sei spät in der Nacht durch den Wald gekommen und habe aus einem Spalt in einer uralten Eiche Lichtschimmern sehen. Neugierig sei er hinzugetreten und habe hineingeblickt. Da sei die ganze Eiche inwendig hohl gewesen, und darin um einen runden Tisch hätten eine Menge Zwerge mit spitzen grünen Hüten und grauen Röcklein gesessen. Sie hätten aus kleinen Kalkpfeifen geraucht und aus zinnernen Deckelkrügen Braunbier dazu getrunken. Eben hätte er sagen wollen, sie sollten ihm auch einen Trunk lassen, da hätte eine Stimme gerufen, »Er guckt!« Und auf einen Schlag sei alles finster gewesen. Nachher sei es aber gar nicht richtig im Wald gewesen, und immer sei ihm etwas zwischen die Füße gelaufen, wie Katzen und junge Hunde, und habe gewinselt, wie kleine Kinderwein, und er habe große Not gehabt, nach Hause zu kommen. Die kleinen Zwerge waren den Menschen sonst günstig gesinnt, und wenn man sie in Frieden ließ, taten sie niemandem etwas zu Leide. Ja, man erzählte sich mancherlei Geschichten von Wohltaten und Gefälligkeiten, die sie den Menschen erzeigt hatten. Auch beruhte nicht auf Wahrheit, was böswillige Menschen über sie ausgebreitet hatten, nämlich, dass sie Gänsefüße hätten und ängstlich bestrebt wären, dies zu verbergen. Im Winter nämlich, wenn ein leichter Schnee gefallen war, konnte man ihre Spuren finden, die denen von kleinen, feinen Kinderfüßen glichen, so dass es offenbar war, nur schnöde Verleumdung hätte solche Gerüchte herausbringen können. Wenn der Schnee jedoch höher lag, kamen sie nicht hervor, sondern saßen in der Tiefe in ihren warmen Höhen, zehrten von ihren gesammelten Vorräten und arbeiteten fleißig allerlei künstliche Dinge von Gold und Silber und köstlichen Steinen. Außerhalb des Waldes wurden sie niemals in ihrer natürlichen Gestalt gesehen, aber man erzählte sich, sie vermöchten allerlei Zauber und verstünden die Kunst, sich in Tiere zu verwandeln, auch wollten manche sie in solcher Verkleidung auf der Wiese, den Feldern und in den Gärten gesehen haben. Sie sollten sich als Hamster den geringen Kornvorrat einheimsen, den sie brauchten, und als Eichhörnchen in die Nussbäume kommen. Man gönnte ihnen dies gern, denn in den Feldern und Gärten, von denen die Sage ging, dass die Zwerge ihren Anteil davon nähmen, pflegte es also zu gedeihen, dass sie immer noch mehr Frucht brachten als andere. Im Laufe der Zeit trat aber mit diesem lustigen, grün, quelldurchrieselten Walde eine große Veränderung ein, denn er verwandelte sich in seinen tiefgelegenen Teilen allmählich in einen Sumpf. Dies ging von einem Moorbruch aus, der in der Nähe gelegen und ringsum wegen seiner Gefährlichkeit übel berüchtigt war, und zog sich allmählich immer weiter. Auf unerklärliche Art veränderte und hob sich der Boden, so dass die Quellen, in ihrem Laufe abgedämmt, sich zu trägen, breiten Morastflächen ausdehnten. Giftgrünes Krautschus an den Rändern üppig empor und ein trügerischer Pflanzenwuchs bedeckte die schlammigen Flächen, so dass schon mancher, der durch den Anschein getäuscht, solche Orte zu betreten wagte, nur mit Mühe dem Tode durch Versinken im Morast entgangen war. Viele Bäume erkrankten, starben ab und wurden vom nächsten Stürme in den Moder geschleudert, wo sie ihre nackten, weißgebleichten Äste emporragen ließen. An den trockeneren Stellen vermehrten sich die giftigen Kreuzottern, und eine Unzahl von Stechmücken war durch die Sonne in den stehenden Sümpfen ausgebrütet, so dass man zu gewissen Zeiten vor ihren schwärmenden Mengen kaum zu atmen vermochte. Der Wald kam zuletzt so in Verruf, dass sich selbst die Kundigsten nicht mehr hineinwagen mochten, denn schon mancher war dort ohne jegliche Spur verschwunden, und man wollte dort in den Sümpfen schauerliche Geschöpfe gesehen haben, menschenähnlich gestaltet, aber mit einer Haut, die schwarz und glänzend wie die der Schnecken, mit kleinen, tückischen, roten Augen und mit Armen, die sie blutegelartig verlängern oder an sich ziehen konnten. Sie sollten Saugewarzen an den Fingern haben, wie ein Polyp, und sich entweder mit widerlichem Quäken im weichen Schlamm wälzen oder unter dem Kraut verborgen, nur dass die stilartig verlängerten Augen hervorschimmernden auf Menschen und Tiere lauern, um sie zu sich auf den Grund zu ziehen. Wie sich die kleinen Zwerge zu dieser unliebsamen Veränderung ihres lustigen Wohnortes verhielten, das hatte man nicht erfahren. Sie mochten wohl kaum zufrieden sein, denn außer dem kleinen Teil des Waldes, der höher gelegen war und ihre Höhlen und Wohnungen enthielt, war nichts von dem Schicksale der Versumpfung verschont geblieben. Dies war auch der einzige Ort, den man noch mit Sicherheit betreten konnte. Und hier sah auch ein Besenbinder eines Tages eines der kleinen Männchen auf einem Steine sitzen. Sein Hütlein, das nicht grün wie gewöhnlich, sondern purpurrot und mit einer feinen Goldkrone geziert war, lag neben ihm, und der Kleine hatte seinen Kopf in beide Hände begraben, als ob er schwer nachdenke. Als der Besenbinder ein Geräusch machte, blickte er auf, und während sonst die Zwerge feine, rosige Gesichter zu haben pflegten, sah dieser jetzt erdgrau und traurig aus, und als der Besenbinder fragte, was ihm fehle, da seufzte er und schüttelte mit dem Kopf, als wollte er sagen, »Du kannst mir doch nicht helfen.« Dann griff er nach seinem Hütlein, glitt an dem Steine herab und verschwand im Gebüsch. Ein anderer hatte einmal unter den Wurzeln einer uralten Eiche, wo sich der Eingang zu einer Zwergenhöhle befand, einen traurigen Gesang und viele klagende Stimme gehört. Und ein Bauer, der sich bei einem anhaltenden Platzregen unter denselben Baum geflüchtet hatte, wollte gesehen haben, wie sie in blanken Eimerchen eilfertig Wasser aus der Höhle getragen und dieses mit betrübten und sorgenvollen Gesichtern draußen ausgeschüttet hätten. In einem Dorfe, dessen Felder an diesem Wald angrenzten, lebte ein armer Musikant, der einen einzigen Sohn namens Johannes hatte. Dieser war ein Sonntagskind, und zwar eins von ganz besonderer Art, denn er war an einem 29. Februar, der auf einen Sonntag fiel, des Mittags zwölf Uhr bei dem Läuten der Kirchglocken geboren worden. Man sagte, dass dergleichen Sonntagskinder zu besonderen Dingen bestimmt sind und seltene Gaben besitzen. Dies verrät sich bei Johannes nicht gerade in besonderer Art. Allerdings hatte er ein hübsches Aussehen und schönes goldgelbes Haar, allein sonst zeigte er keine auffallende Begabung und ward von den anderen Knaben im Dorfe oftmals wegen seines träumerischen Wesens verspottet. Sein Vater war oft viele Tage lang vom Hause entfernt, da er in den Dörfern zum Tanz aufspielte, und dann trieb sich Johannes einsam in der Umgegend umher und hing seinen Gedanken nach. Er konnte stundenlang am Bache liegen und dem unablässigen Glitzerspiel der Wellen zuschauen oder in die Wolken blicken und die wechselnden Gestalten verfolgen, zu denen sie sich auf dem blauen Grunde des Himmels ruhelos bildeten. Sein Lieblingsplatz war eine alte Kopfweide, die am Anfang des großen Wiesentales hart am Ufer des Baches stand. Im Laufe der Jahre hatte das unablässig fließende Wasser ihr Wurzelgeflecht freigespült, und sie war schräg über den Bach hinausgesunken, sodass ihr dicker, spärlich mit Zweigen bewachsener Kopf mitten über dem Wasser schwebte. Was ihr jedoch an eigenem Grün abging, das war durch fremdes Wachstum reichlich ersetzt, denn aus dem hohlen Stamm hing mannigfaches Rankenberg hernieder, und auf ihrem geräumigen Haupte war eine ganze Kolonie fremder Pflanzen aufgeschossen. Diese Weide war gleichsam ein Obstgarten für Johannes, denn von diesem wunderbaren Baum hatte er schon Himbeeren, Johannisbeeren und Brombeeren gegessen, und manche freundliche Blume zierte im Sommer den alten, grauen, vermorschten Stamm. Hier saß er eines Morgens zwischen den Zweigen und spähte nach dem nahen Walde hinüber, der schon immer ein Gegenstand unheimlicher Anziehung für ihn gewesen war. Heute bemerkte er dort ein merkwürdiges Treiben, das er sich nicht zu erklären vermochte. Unter den Büschen am Waldrand huschte und bewegte sich etwas, von dem er nicht ganz genau zu erkennen vermochte, ob es Zwerge oder Tiere waren. Als er so spähte und seine Augen umherschweifen ließ, bemerkte er, dass es auch auf der Wiese nicht richtig war, denn zwischen dem hohen Blumendurchwirkten Grase sah hier und da etwas hervorschauen und dann schnell wieder verschwinden. Und an der Bewegung der Halme merkte er, dass sich ihm verschiedene lebende Geschöpfe nähern mussten. Zudem ging ein seltsames Schüttern und Beben durch die alte Weide, und an ihren Wurzeln knirschte es, als ob jemand daran eifrig nage. Auf einmal senkte sich der Baum sanft auf den Wasserspiegel nieder, und einige Hamster wurden sichtbar, die eifrig die letzten Wurzelfasern zerbissen und sich dann an die Stümpfe anklammerten. Zugleich war die alte Weide mit dem Kopfe gegen den Strom gedreht und schwamm langsam bachaufwärts. Johannes sah nun, dass eine Anzahl Fischottern die Zweige mit den Zähnen erfasst hatten und den Baum schwimmend hinter sich herzogen. Der Bach war nicht breit, und das Ufer war mit einem tüchtigen Sprunge zu erreichen, allein als sich der Knabe, dem das Ding unheimlich wurde, erheben wollte, um die Flucht zu ergreifen, fühlte er sich festgehalten. Eine Menge von Wieseln, die sich in den Höhlungen verborgen hatten, waren hervorgekommen, hatten sich in seine Kleidung verbissen und hielten ihn fest. Jetzt sprang aus der Wiese heraus nacheinander eine Reihe von Eichhörnchen mit mächtigen Sätzen auf den Baum, und darunter war ein schönes Schneeweißes. Das setzte sich vor Johannes auf die Hinterbeine, hielt wie flehend seine Pfötchen zu ihm empor und seien so ausdrucksvoll an, dass der Knabe wohl verstand, es bitte, ihn zu bleiben, wo er sei. Seine Furcht minderte sich bei dem Anblick dieses schönen Tieres, das so sanft und freundlich aussah, und erwartete nun mit Verwunderung, wie die Dinge ablaufen würden. Kaum war dieses seltsame Fahrzeug in dem verrufenen Walde angelangt, als es die Fischer dann an das Land führten und sich sämtliche Tiere eilfertig an das Ufer begaben, wo sie sich in demselben Augenblick in Zwerge verwandelten. Sie trugen graue Röcklein und spitze grüne Hüte. Nur der, der als weißes Eichhörnchen erschienen war, hatte ein purpurrotes Hütchen, das mit einer feinen Goldkrone geziert war. Dieser sprach zu Johannes, »Wir haben auf diese Weise versucht, dich in den Wald zu bringen, weil wir außerhalb dessen nur als Tiere erscheinen dürfen und dann der Sprache nicht mächtig sind. Wir müssen dich aber um einen Dienst ersuchen, den nur ein Sonntagskind deiner Art vollbringen kann, denn du vermagst, uns aus großer Not zu befreien. Allein es muss freiwillig und ohne Hoffnung auf Lohn geschehen. Bist du deshalb gesonnen, uns zu helfen? So folge uns, wir flehen dich darum an.« Alle die kleinen Zwerge machten so rührende Gesichter und hoben die Hände bittend empor, dass Johannes nicht widerstehen konnte und ans Land stieg. Seine kleinen Führer trippelten und liefen vor ihm her. Und so gingen sie auf einem schmalen und niedrigen Erdrücken entlang, der von der Versumpfung verschont geblieben war, zu dem höher gelegenen Orte, auf dem, wie auf einer Insel, die Wohnungen der Zwerge gelegen waren. Ängstlich schaute der Knabe unterwegs seitwärts auf die trügerisch begrünten Schlammflächen, zwischen denen an einzelnen Stellen schwarzes Wasser hervorblinkte. Denn ein seltsam, unheimliches Gehen und Rühren war darin bemerkbar, und widerliches Gurgeln und Schmatzen tönte daraus hervor. Einmal, als einer der kleinen Zwerge stolperte, ein wenig den Abhang hinabtaumelte und dabei dem Morass zu nahe kam, fuhr blitzschnell ein langer, glänzend schwarzer Arm daraus hervor, ergriff das Männchen am Fuß und wollte es mit sich ziehen. Allein, dieses hatte zu seinem Glück einen Strauch erfasst, langte mit der anderen Hand in ein Täschchen an seinem Gürtel und streute ein rotes Salz auf den Arm, worauf dieser eiligst losließ und wieder untertauchte, während an demselben Ort ein Prusten und Schnauben und Gewinsel ertönte und Wasser und Morass hoch aufspritzten. Zugleich rührte und regte es sich nah und fern in der schlammigen Fläche. Widerliche, flache Köpfe, wie von ungeheuren Fröschen tauchten hier und da auf und stierten mit gierigen, roten Augen auf die Zwerge hin, während sie ein hässliches, bellendes Gequäk anstimmten und sich zuweilen schwarze, triefende Fäuste drohend aus dem Schlamm regten. Unterdessen hatte sich der Weg bereits verbreitert, und bald langte der kleine Zug auf dem ausgedehnten flachen Hügel an, wo sich die Wohnsitze der Zwerge befanden. Hier lagen zwischen uralten Eichen mächtige, bemooste Steinblöcke neben und übereinander, und als der kleine Rothut am einen mit seinem Stäbchen klopfte, drehte sich dieser wie eine Tür zur Seite und legte den dunklen Eingang in eine unterirdische Höhle frei. Als Johannes eine Reihe von Stufen hinabgestiegen war, gelangte er mit dem Zwerge in eine niedrige Säulenhalle, deren Wände und Decke im Lichte der brennenden Lampen gar wunderbar schimmerten und blitzten, denn sie waren mit natürlichen Kristallbildungen in allen Farben und bunten, geschliffenen Steinen sehr zierlich und künstlich ausgelegt. An der Wand, die der Tür gegenüber lag, stand ein kleiner Thronsessel mit Purporsammet und Goldbrokat überzogen und davor, im Halbkreis, eine Reihe von geringeren Lehnstühlen. Johannes musste sich in der Mitte dieser Reihe auf eine Anzahl von Polstern setzen, dem Rothut, der den Thron bestieg und offenbar der König der Zwerge war, gerade gegenüber. Als nun alle saßen und eine Zeitlang feierliche Stille geherrscht hatte, begann der König wie folgt. »Du hast soeben selbst gesehen, lieber Johannes, welchen Gefahren wir ausgesetzt sind und welche widerliche und hässliche Gesellschaft sich in unserem Walde angesiedelt hat. Statt des rieselnden Geplauders fröhlicher Quellen findet man jetzt nur das brodelnde Gären des ungezieferbrütenden Schlammes, statt des lustigen Gesanges lieblicher Vögel, das hässliche Quäken und Gurgeln gräulicher Unholde, statt der frischen, von Blumen und Kräutern würzig duftenden Luft dumpfenden Modergeruch und schädliche Fieberdünste. »Ich will dir erzählen, wie dies gekommen ist. In jenem seit alter Zeit verrufenen und gemiedenem Moorsumpf, den ihr das Teufelsmoor nennt, lebt schon lange ein Volk von Sumpfgnomen unter der Herrschaft ihres Königs Egelborst. Schon lange hatte dieser seine Begierde zur Ausdehnung seines widerlichen Reiches auf unseren grünen Quellwald gerichtet. Allein, solange wir uns im Besitze des goldenen Handringes befanden, vermochte er keine Macht über diese Gegend zu gewinnen, da ihr Besitz an dieses Kleinod gebunden ist. Wir wussten, dass er bestrebt war, diesen Ring in seine Macht zu bringen, und waren auf unserer Hut. Wir hatten ihn in unserer Schatzkammer hinter sieben eisernen Türen, wie wir meinten, sicher genug, verborgen. Jedoch eines Tages fand sich ein fremder Stammesgenosse bei uns ein, der vorgab, von seinem Volke ausgeschickt zu sein, um Edelsteine einzutauschen, das dort an solchen mangelte. Er führte einen Sack voll kostbarer Perlen mit sich, dergleichen wir damals wenig in unserem Besitz hatten, während unser Schatz an Edelsteinen sehr reich war. Zwar hatte dieser Fremde ein finsteres und türkisches Aussehen und eine seltsam schwärzliche Gesichtsfarbe, auch auffallend glatte und schlangenhafte Bewegungen, allein wir schrieben dies auf seines fremden Stammes Art und schenkten ihm dennoch Vertrauen, zumal da seine Perlen ohne Tadel waren und er seine Worte gar gut und zierlich zu setzen verstand. Nachdem wir ihn also nach Gebühr bewirtet hatten, nahmen wir ihn mit in unsere Schatzkammer, wo er große Verwunderung über unsere Reichtümer bezeigte und nicht genug des Lobes finden konnte über die Zierlichkeit der goldenen und silbernen Geräte und die ausgesuchte Herrlichkeit der edlen Gesteine. Da wir keinen Argwohn hegten, so zeigten wir ihm alles, auch den kostbaren Handring, ohne ihm allerdings dessen Bedeutung mitzuteilen. Er schien ihm auch wenig Beachtung zu schenken, und dann begann der Handel, wodurch wir uns in den Besitz seiner Perlen setzten, während er eine Anzahl auserlesener Edelsteine dafür in Empfang nahm. Wir glaubten, einen guten Kauf gemacht zu haben, und begaben uns darauf aus der Schatzkammer in unseren festlichen Speisesaal, um den Handel nach alter Sitte mit einem Trunk von unserem hundertjährigen Kometenbein zu beschließen. Doch als wir dort anlangten, vermissten wir plötzlich den Fremden. Niemand hatte gesehen, wo er hingekommen war, und alles Suchen und Rufen war vergebens. Eine düstere Ahnung bemächtigte sich meine. Ich kehrte mit den Meinen in die Schatzkammer zurück und fand meine Befürchtung nur zu sehr begründet, denn der goldene Handring, unser bestes Besitztum, war fort. Es war offenbar, dass der Fremde ein Abgesandter des Königs der Sumpfgnomen, wenn nicht dieser selbst gewesen war, der sich auf diese Art unter der Maske eines Zwerges unseres Schatzes bemächtigt hatte. Wir wussten ja, dass er im Besitze des Steines Mutabilis war, der ihn befähigte, jegliche beliebige Gestalt anzunehmen, wenn auch nicht in dem Maße, dass alles Genomenhafte aus seinem Wesen verwischt wurde. So erklärte sich uns auch sein tückisches, schwärzliches Aussehen, die schlangenhafte Beweglichkeit und die kalte Feuchte seiner Glieder, die mich, als ich ihm die Hand reichte, bis ins Innerste durchschauert hatte. Die Schnellfüßigsten unserer Genossen waren ihm sofort in der Richtung des Moorsumpfes nachgesetzt, allein vergeblich, denn es gelang ihm nur, seiner ansichtig zu werden, als er bereits dort angelangt war und, jauchzend, den blitzenden Ring über dem Haupte schwingend, in das schwarze Schlammwasser sprang, während seine scheußlichen Untertanen überall die Plattenköpfe hervorgesteckt hatten und ein höhnisches Gezeter und quäkendes Triumphgeul anstimmten. Als der König der Zwerge seine Geschichte so weit erzählt hatte, schwieg er eine Weile, und es entstand eine Stille, während derer die anderen Zwerge mit bedrückten Mienen vor sich hinsahen. Dann fuhr der König in seiner Erzählung fort. »Von dieser Zeit an begann das Unheil in unserem Walde. Die Sumpfgnomen, durch kein Machtgebot mehr behindert, dämmten allmählich die Quellen ab und verstopften die Abflüsse, sodass sich die frischen, duftenden Gründe in gährende Moraste verwandelten, die jetzt dem widerlichen Volke erwünschte Wohnsitze darbieten. Und immer weiter dehnen sie ihr Reich aus. Einige unserer tiefer gelegenen Wohnungen stehen bereits unter Wasser so, dass wir genötigt waren, sie zu verlassen, und nicht lange mehr wird es dauern, so wird auch der schmale Erdrücken, der uns noch mit der Außenwelt verbindet, überschwemmt. Und wir werden veranlasst sein, noch vorher unsere geliebten Wohnsitze zu räumen und auszuwandern in eine andere Gegend. Wir sind machtlos gegen unsere Gegner, wir haben nur das aus geheimen Kräutern bereitete rote Salz, das uns als Waffe gegen einen Angriff dient, denn es brennt und frisst wie Feuer auf ihren schleimigen Gliedern und tötet sie. Allein trotzdem haben sie schon manchen unserer Genossen, der die Vorsicht nicht bewahrte und dies Mittel nicht mehr anzuwenden vermochte, hinabgezogen und umgebracht. Dies ist die große Not, in der wir uns befinden, und dies ist der Grund, weshalb wir dich auf so besondere Weise veranlasst haben, unsere Klagen anzuhören, denn dir ist es gegeben, uns zu retten. Du vermagst es, uns den kostbaren Ring wiederzuschaffen, weil du ein Sonntagskind von ganz besonderer Art bist und Dämonenzauber über dich keine Macht hat. Wenn du den Mut hast, unsere Gegner in ihrem eigenen Reiche aufzusuchen, so wollen wir dir Mittel und Wege angeben, wie du es anfangen kannst, ihnen den Handring zu entreißen, der uns Frieden und Glück zurückbringt. Johannes dachte an die Erlebnisse auf dem Wege ins Zwergenreich und schauderte zusammen. Er erhegte ein tiefes Grauen vor den entsetzlichen Geschöpfen, die er dort im Schlamm gesehen hatte. Als der Zwergenkönig dies bemerkte, lief er von seinem Throne zu Johannes hin, und indem er niederkniete, hob er flehend die Hände zu ihm empor, während alle anderen Zwerge eiligst dasselbe taten. Zugleich bat der König so beweglich und schilderte das Unglück seines Volkes in so ergreifender Weise, dass Johannes nicht widerstehen konnte und endlich beschloss, die Tat zu wagen. Als die Zwerge dies vernahmen, leuchteten ihre Gesichter vor Freuden, und nun gingen sie mit ihm in ihren Festsaal, wo ein prächtiges Mal angerichtet war. Die köstlichsten Gerichte, die Johannes nicht einmal dem Namen nachkannte, wurden aufgetragen, und der Wein, der dazu in Goldpokalen gereicht wurde, schien aus Eitelduft und Glut zu bestehen. Zugleich sah man aus diesem Saal durch eine Wand von Kristallglas in die Küche hinein, wo geschwindekleine Köche in weißen Mützen und Jacken eifrig mit blinkendem Küchengerei hantierten und noch immer neue, schöne Dinge zubereiteten, was alles dem Johannes gar wohl gefiel. Er blieb die Nacht bei den Zwergen und schlief gar herrlich auf seinen seidenen Kissen. Am anderen Morgen teilte ihm der König den wohl ausgedachten Plan mit, den Ring von dem Gegner zu erlangen, und fuhr dann fort, »Eine Gefahr ist für dich nur vorhanden, lieber Johannes, wenn du dich durch die teuflischen Künste verblenden lässt. Der schlaue Gnomenkönig wird sofort ahnen, was deine Absicht ist, und alles aufbieten, dies zu verhindern. Damit du aber erkennen magst, was Wahrheit und was Gaukelspiel ist, so nimm dieses Augenglas und bewahre es wohl, denn wenn du hindurchblickst, so wirst du sogleich das Echte vom Falschen zu unterscheiden wissen.« Damit hängte er ihm ein rundes, in Gold gefasstes Glas um den Hals und sprach weiter. »Ich werde dir jetzt eine Probe geben von der Macht dieses Zauberglases. Betrachte dadurch das Tier, das dir gleich vor Augen treten wird.« Damit schrumpfte die Gestalt des Zwerges zusammen, und er verwandelte sich in ein weißes Eichhörnchen. Als aber Johannes dieses durch sein Glas betrachtete, sah er deutlich den Zwergenkönig mit dem roten Hütchen vor sich. Jedoch, wenn er es fortnahm, dann war wieder das weiße Eichhörnchen da. Nachdem der König sich in seine eigentliche Gestalt zurückverwandelt hatte, sagte er, »Du hast den Plan, den ich dir vorhin mitteilte, wohlgemerkt und behalten? Wenn du mutvoll und unbeirrt meinen Anweisungen Folge leistest, so kann er nicht misslegen. Das Glück eines harmlosen und friedlichen Volkes liegt in deiner Hand. Nun handle klug und furchtlos, wie du versprochen hast.« Am anderen Morgen machte sich Johannes in Begleitung eines Zwerges, der ihm als Führer dienen sollte, auf, um sein Abenteuer zu bestehen. Außerhalb des Waldes verwandelte sich sein Begleiter in ein Wiesel und schlüpfte vor ihm her, indem er ihm so den nächsten Weg zum Teufelsmoor anzeigte. Dies war ein unergründlicher Morast, in dem blankes, unheimlich schwarzes Wasser mit weichen Schlammflächen und einzelnen, kleinen Erhöhungen, auf denen Weidengestrüpp und etliche knorrig verkrüppelte Föhren wuchsen, abwechselte. Einzelne Flächen waren mit einer verfilzten, schwimmenden Decke von Graswuchs bedeckt, die wohl imstande war, eine leichte Person zu tragen, jedoch weithin zitterte und Wellen schlug, wenn man sie betrat. Wer jedoch dieses trügerische Deck durchbrach und in den weichen, unergründlichen Schlamm geriet, war unrettbar verloren. Die ganze Gegend war einsam und gemieden, und niemand wagte sich gerne an dies verrufene Moor heran. An seinem Rande stand eine ungeheure, hohle, von Alter und Blitzschlag halb zerstörte Weide, die zwischen abgestorbenen, weißgegleichten und zackigen Ästen nur noch ein spärliches Grün zeigte. Durch die Höhlung dieses Baumes ging der Weg in das unterirdische Reich des Königs der Sumpfgnom. Das Wiesel lief jetzt an Johannes in die Höhe und verschwand zu einer Spitzmaus zusammen, die sich unter der Weste des Knaben verbarg. Johannes unterdrückte das Grauen, das ihn befiel, als ihm die feuchte, dumpfe Luft aus der schwarzen Höhlung entgegenhauchte. Er befahl seine Seele Gott und stieg mutvoll die Stufen hinab. Bald gelangte er in einen finsteren, modrigen Gang, der nur durch das phosphorische Leuchten verfaulten Holzes ein mattes Licht erhielt. Endlich kam ein Tor, vor dem zwei riesige Kröten wie Hunde an Ketten lagen und sich allsofort aufbliesen und ein bellendes Quaken von sich gaben. Daraufhin öffnete sich das Tor, und einer der abscheulichen schwarzen Gnom stierte hervor, wurde im Gesicht aber ganz grün verschreckt, als er Johannes erblickte. Das Tor ward schnell zugeschlagen, und bald hörte er ein Summen und Gemurmel und seltsames Quaken dahinter, das aber allmählich verstummte. Dann wurden plötzlich beide Torflügel aufgetan, und ein heller Schimmer leuchtete daraus hervor, während statt des schwarzen Scheusals ein herrlich gekleideter Diener dastand, der mit einer abgrundtiefen Verbeugung Johannes aufforderte, einzutreten. Zugleich bemerkte dieser mit Verwunderung, dass es gar keine Kröten waren, die an den Ketten lagen, sondern kurzbeinige Hunde, die, obgleich ihre Augen ziemlich tückisch blickten, gar freundlich mit dem Stummelschwänzchen wedelten. Johannes gelangte durch einen flimmernden und blitzernden Vorraum in einen runden Kuppelsaal, über dessen seltsame Pracht er ganz erstaunt war. Die Wände waren gebildet aus unzähligen Seerosenstängeln, die sich nach oben zusammenwölbten und dort mit ihren Blättern die Decke bildeten. Aber alles dies schimmerte und glänzte wie grünes Gold, und dahinter flimmerte es von buntem Blattwerk und glitzernden Fischen, die in allen Farben köstlicher Edelsteine leuchteten. Diese Wände waren anzuschauen, als blicke man in ein von der Sonne durchschienendes, klares Wasser, das mit dem schönsten und seltensten Getier erfüllt war. Kaum hatte Johannes dies mit Verwunderung beobachtet, als der König der Sumpfgnomen, gar herrlich gekleidet und schön gestaltet, mit einem holzseligen Lächeln, das ihm jedoch gar übel zu seinem tückischen Blick stand, begleitet von einem glänzenden und schimmernden Gefolge eintrat, und alle auf den bereitstehenden Stühlen und Thronsesseln Platz nahm. Mit besonderer Sorgfalt trugen zwei Diener auf einer prachtvollen Tragbare den kleinen Sohn des Königs, der kostbar in purpur und goldgekleidet war. Dieser Kleine zeugte ein ganz hübsches Gesicht, nur trug er einen bösen, schwarzen Schatten um seine Augen. Nachdem der Kronprinz des Gnomreiches neben seinem Vater auf einem kleinen Sesselchen Platz genommen hatte, erschallte ein Trompetenstoß, und der König sprach, »Ich weiß sehr wohl, dass du ein Abgesandter aus dem Zwergenwalde bist, sprich, was ist dein Begehr?« »Ich komme«, sagte Johannes, »um den goldenen Handring zu holen, den du durch List in deinen Besitz gebracht hast.« Der König Egelbost lächelte sehr freundlich und sprach, »Du hast dich betüren lassen, Knabe, durch das Geschwätz der listigen Zwerge. Was weiß ich von dem Ringe, und wozu könnte er mir nützen, der ich kostbare Perlen und Edelsteine genug besitze?« »Du bist jung und unerfahren und lässt dich gebrauchen zu Dingen, wozu die geizigen Zwerge selbst zu feige sind.« »Haben sie dir wohl das Geringste zum Laune geboten? Sie sitzen auf ihren Schätzen und trachten gierig, sie zu vermehren, das ist alles.« »Ich will dir beweisen, dass König Egelbost minder niedrig sinkt.« Dann winkte er, und es traten zwei Pagen herein, die goldene Schüsseln trugen, auf denen die herrlichsten Perlen und Edelgesteine gehäuft lagen. »Diese kostbaren Schätze will ich dir schenken«, sagte Egelbost. »Da du den Wert dieser Dinge vielleicht nicht kennst, so sage ich dir, dass du dadurch reicher wirst als irgendeiner im Lande und dir ein Herzogtum dafür kaufen kannst.« »Nimm diese Kleinigkeit und zieh in Frieden.« Unterdessen war aber die Spitzmaus unter der Weste emporgekrochen und zupfte heftig an dem Augenglase, das Johannes auf seiner Brust trug. Dieser, der ganz verwirrt war von dieser unerwarteten Wendung der Dinge, merkte es endlich, zog es hervor und hielt es an seine Augen. Welche entsetzliche Veränderung ging nun mit dem vor, das ihm eben noch schön, kostbar und reizend erschienen war. Statt der glänzenden, schimmernden Gesellschaft sah er eine abscheuliche Versammlung von ekelhaften, schwarzglänzenden Ungetümen vor sich, die ihn mit roten, tückischen Augen und wutverzerrten Gesichtern anstirrten, statt goldener Halsbänder züngelnde Kreuzottern trugen und statt auf kostbaren Stühlen auf modrigen, von schwarzen Schnecken bekrochenen Baumstümpfen saßen. Die Edelsteine und Perlen hatten sich in schmutzige Kiesel und leere Schneckenhäuser verwandelt und des Königs Söhnlein in ein kleines, wedriges, warzenbedecktes Scheusal. Die flimmernde Pracht der Wände dieses Kuppelsaales war dahin, und stattdessen glaubte er, in einen ekelhaften, von Blutegeln, Kröten, Molchen und anderen scheußlichen Tieren wimmelnden Sumpf zu schauen. Ehe! Zugleich erhob sich ein Heulen, Quäken und Schreien, und mit wutverzerrten Gesichtern schossen die Gnomen auf ihn zu. Schwarze Arme streckten sich lang nach ihm aus, Schlangen zischten ihm wütend entgegen, allein, als wenn ein Zauber sie bände, zuckten sie immer wieder zurück und wagten nicht anzugreifen. Jetzt war der Augenblick zum Handeln gekommen. Johannes, er sah die Gelegenheit, stürzte sich auf den kleinen Sohn des Königs, und indem er ihn am Halse ergriff, langte er gleichzeitig mit der anderen Hand in eine Tasche, die die Zwerge mit dem roten Salz gefüllt hatten. Und er rief, »Gibst du den Handring nicht heraus, König Egelborst, so ist dein Sohn, so sind alle, die ich erreichen kann, im Augenblick des Todes!« Der König und die anderen Gnomen wurden grün vor Schreck, und alle wichen vor dem Anblick des gefürchteten Salzes winselnd zurück. Der König rief, »Halt ein, du sollst haben, was du übergehst!« Dann winkte er seinem Schatzmeister und flüsterte ihm etwas zu. Dieser ging und kam nach einer Weile mit einem großen, herrlich verzierten, goldenen Ringe zurück, den er Johannes überreichen wollte. Allein in diesem Augenblick biss die Spitzmaus ihn empfindlich in die Brust, welches Zeichen er wohl verstand. »Es ist der Rechte nicht!« rief Johannes und machte eine Bewegung, als wollte er den strampelnden und winselnden kleinen Wüterich, den er am Halse hielt, mit dem Salze bestreuen. »Ach, halt ein!« schrie Egelborst, gelb-grau von Angst und Wut, denn er liebte dieses kleine Scheusal über alles. Dann heilte er selbst fort und kam nach einer Weile zurück mit einem glatten, ovalen Ring von massivem Golde, der gerade so groß war, dass man die Hand ohne den Daumen hindurchstecken konnte. Bei dem Anblick dieses Ringes stieß die Spitzmaus ein jauchzendes Quietschen aus, und nun wusste Johannes, dass es der Rechte war. So gelangte er glücklich in den Besitz dieses Kleinods und erreichte mit ihm ohne weitere Gefahr die Oberfläche der Erde. In den Wohnungen der Zwerge herrschte eitel Jubel und Wonne, als Johannes mit dem erworbenen Ring glücklich zurückkehrte. Sie tanzten umher, schossen Kobold im grünen Grase und wussten sich vor Vergnügen gar nicht zu lassen. Zugleich ward in dem versumpften Walde ein Heulen und Gewinsel und klagendes Gequäk. Überall rührte es sich und wälzte es sich davon und wühlte durch den Schlamm und verlor sich allmählich in der Ferne. »Ohne Aussicht auf Lohn hast du uns geholfen«, sagte der Rothut zu Johannes, »wie es geschehen musste. Nun dürfen wir uns dankbar zeigen.« Er belud ihn mit den köstlichsten Schätzen an Perlen und Edelgestein, und so kehrte Johannes zu seinem Dorfe zurück und zu seinem Vater. Dieser, der ihn schon verloren geglaubt hatte, staunte nicht wenig, als er durch den glücklich zurückgekehrten plötzlich zu einem reichen Mann gemacht wurde. Er kaufte sich in der Folge ein herrliches Gut, das an den Zwergenwald angrenzte, und als er gestorben war, brachte Johannes, der unterdessen erwachsen war, auch diesen Wald, der nun wieder grün und frisch von kristallklaren Quellen durchrieselt war, in seinen Besitz. Das Teufelsmoor aber ließ er durch Anlage eines mächtigen Grabens trockenlegen, sodass die Wohnstätte der Gnomen vernichtet ward und fröhlicher Wald dort ebenfalls aufschoss. Von den Gnomen hat man später nie etwas gehört. Sie mögen wohl verdorben und gestorben sein. Der Hexenmeister Herr Zuckermahn Winkelburg war eine sonderbare, alte, verschnörkelte Stadt. Die Hauptstraßen waren schon eng und krumm, allein die Nebengassen waren noch viel enger und krummer, und dabei liefen sie so sonderbar durcheinander oder waren plötzlich an einem Kanal mit trübfließendem Wasser zu Ende oder gingen in finstere Höfe als Sackgassen aus, dass Winkelburg für Fremde eine rechte Vexierstadt war, und es lange dauerte, ehe sich jemand zurechtfand in all diesen Kniffen und Sonderbarkeiten. Wunderliche, alte, düstere Tore gab es dort, in denen es schmetternd hallte, wenn ein Wagen hindurchfuhr, und eine solche Versammlung von merkwürdigen alten Giebelhäusern bestand wohl nicht zum zweiten Mal in der Welt. Einige waren von übergebeugt, als hätten sie auf der Straße etwas verloren, und suchten es nun. Einige hatten sich vornehm zurückgelehnt, als ginge sie die Welt nichts an, und andere wieder waren ein wenig seitwärts gegen ihr Nachbarhaus gesunken und schienen froh zu sein, dass sie auf diese Art am Umfallen verhindert wurden. In einigen Gassen waren nun gar die Stockwerke übereinander hinausgebaut, sodass sich die Häuser nach oben immer näher kamen und zuletzt der Himmel nur durch einen kleinen Spalt hineinblickte. Wenn sich da oben zwei gute Freunde gegenüber wohnten, da konnten sie sich die Hände reichen beim Guten Morgen sagen, und der eine seine Pfeife an dem Phidibus des anderen anstecken. Welch eine Fülle von wunderlichen Ägern, sonderbaren kleinen Fenstern und abenteuerlichem Schnitzwerk! Welch eine Unzahl von seltsamen Türmchen und Giebelchen und knarrenden Wetterfahnen! Welch eine Menge von verschnörkelten Herbergsschildern und Zunftzeichen gab es in dieser Stadt! Wahrlich, wenn man in einer Mondschein-Nacht durch diese schweigenden Straßen ging, und all die wunderlichen Giebel und Zacken schwarz gegen den hellen Himmel standen, und hier ein helles Licht auf den grinsenden Fratzen der Balkenköpfe lag, dort so ein altes Haus wie ein gräuliches Gesicht mit geöffnetem Rachen aus der Finsternis stierte, da konnte man denken, dies sei alles nur hingezaubert und würde mit dem ersten Strahl der Sonne wegschwinden wie ein Traum. In dieser Stadt lebte nun ganz allein in einem der allerwunderlichsten Häuser an der Stadtmauer ein alter Mann namens Zuckermahn. Über diesen Mann waren die sonderbarsten Gerüchte verbreitet. Man hielt ihn allgemein für einen Hexenmeister, und die Sage ging, dass er besser hexen könne als irgendeiner im ganzen Lande. Vor Zeiten, erzählte man sich, sei ein fremder Mann in einer vergoldeten Kutsche in die Stadt gekommen, und es soll ein Graf gewesen sein. Im Goldenen Löwen hat er die besten Zimmer bewohnt. Der ist eigens wegen des Herrn Zuckermahn hergekommen, um von ihm das Hexen zu lernen. Für einen großen Beutel voll Gold, manche sagen, es sei ein Scheffelsack voll spanischer Dublonen gewesen, andere aber meinen, nur eine Geldkatze voll, so wie sie die Viehhändler um den Leib tragen. Für eine Menge Geld also hat sich der Mann auch bereit finden lassen, dem Fremden seine Künste zu lehren. Da haben sie denn tagelang in dem alten Hause zusammengesteckt, und wer dort vorbeigekommen ist, hat allerlei wunderliches Rumoren und Mauzen und näselndes Gesinge hervortönen hören. Zuweilen ist ein feilchenfarbiges Räuchlein aus dem Schornstein gestiegen, und dann hat es in der ganzen Gegend nach Narzissen und Hyazinthen geduftet, ob es gleich mitten im Winter gewesen ist. Eines Abends hat das ganze Haus von innen heraus in einem roten Schein gestanden, so dass man gedacht hat, es brenne. Die Leute, die herbeigelaufen sind, haben aber durch die Fenster mitten in der dunkelroten Glut Herrn Zuckermahn und den Fremden als zwei feurige Gestalten sitzen und brennenden Punsch trinken sehen, worüber sie sich über die Maßen entsetzt haben. Zuletzt hat dann Herr Zuckermann gesagt, nun wisse er nichts mehr, und der Fremde habe nun ausgelernt. Da hat dieser mit lauernder Miene gefragt, ob er ihn wirklich auch alles gelernt habe. Dies hat der Zuckermann bestätigt. Plötzlich hat der Fremde dann eine Doppelpistol hervorgezogen und beide Läufe auf den Hexenmeister abgedrückt, denn er begehrte, diesen aus der Welt zu schaffen, um allein der beste Hexenmeister im Lande zu sein. Herr Zuckermann hat dazu nur ein wenig gelächelt, und nachdem sich der Pulverdampf verzogen hatte, hat er in jeder Hand zwischen Daumen und Zeigefinger eine der Pistolenkugeln gehalten, dem Fremden dann eine zierliche Verbeugung gemacht und gesagt, »Dies eine Stück hatte ich mir vorbehalten, Herr Graf.« Dieser ist in großem Zorn in den Gasthof zum Goldenen Löwen gelaufen, hat anspannen lassen und ist davon gefahren. Glaubwürdigere Leute sagen, er sei aus allen vier Toren der Stadt gleichzeitig davon gejagt. Aber an allen vier Toren hat zur selben Zeit auch Herr Zuckermann gestanden und sich spöttisch vor der vorüberfahrenden Kutsche verbeugt. Solcherlei Geschichten und noch vieles andere erzählte man sich, und allgemein hegte man solche Furcht und Scheu vor ihm, dass selbst die kecksten Gassenjungen nicht wagten, ihm nachzuspotten, obgleich ihn dies bei dem verwunderlichen Aufzuge, in dem er sich auf den Straßen sehen ließ, schwer genug werden mochte. Einem, der ihm einmal die Zunge ausgestreckt und eine Nase gedreht hatte, dem war es schlecht bekommen. Denn den ganzen Tag lang hat er die Zunge nicht wieder in den Mund bekommen und die Hand nicht wieder von der Nase bringen können, bis sich endlich mit Sonnenuntergang dieser Zauber löste. Solche allgemeine Furcht hinderte aber nicht, dass abends in der Dämmerung mancherlei Leute in besonderen Anliegen an seine Tür klopften. Denn Herr Zuckermann war sehr geschickt in der Herstellung von allerlei Zauber- und Geheimmitteln und verkaufte gegen teures Geld in kleinen, seltsam geformten Gläschen, Liebestränke und andere Flüssigkeiten von narkotischem Duft, so gegen allerlei Krankheiten und Plagen. Auch verstand er, Räucherpulver zu bereiten, dessen Geruch den Menschen angenehm, jeglichem Ungeziefer aber ein Gräuel war. Wart nun mit einem Priestlein dieses Wundermittels das Haus durchräuchert, so erhob sich ein Winseln und Wehklagen aus allen Ecken, und Ratten und Mäuse, Wanzen und Schaben und sonstiges Ungeziefer rannte Hals über Kopf davon, ließ sich auch in vielen Jahren nicht wiedersehen. Ferner war es ein wunderliches Ding, dass Herr Zuckermann niemals Einkäufe machte, weder auf dem Markte, noch bei dem Bäcker und dem Schlechter, noch bei dem Weinhändler, dabei doch ein recht schleckerhaftes Leben führte und sich nichts abgehen ließ. Eine alte Frau, die ein Tränklein für ihre kranke Kuh holte, hatte einmal einen Blick in die geöffnete Küche geworfen und dort gesehen, wie sich ein Hase über dem Feuer von selbst am Spieße drehte, während in einer Pfanne leckere Schmalzküchlein brodelten. Auf dem Küchentische habe aber der Affe des Meisters gesessen, mit einer reichlichen Schürze angetan, und der habe zwei fette Schnäpsen gerupft. Auch hatte der Kuhhirt, der einst in der Nähe der Stadtmauer, wo sie ein Zuckermannsgarten begrenzte, seine Herde weidete, ein seltsames Ding erzählt. Wendelin Wendelin Obwohl sich diese arme Frau gar kümmerlich durch Waschen und Spinnen ernährte, so erübrigte sie doch so viel, den kleinen Wendelin immer sauber und anständig zu kleiden und ihn in eine gute Schule zu schicken. Als aber der Sohn fünfzehn Jahre alt war, ward die Mutter von einer schweren Krankheit ergriffen und starb. Die Begräbniskosten verzehrten das Wenige, das sie hinterließ, und Wendelin stand allein und ohne Schutz in der Welt. Zwar hatte sich ein Weber, für den seine Mutter oftmals Garn geliefert hatte, erboten, ihn in die Lehre zu nehmen, allein Wendelin hatte eine Abscheu vor solchem Gewerbe, das er in dumpfen Stuben von blassen Menschen betreiben soll. Er wäre viel lieber Gärtner geworden, der mit Blumen und Bäumen in der frischen Luft verkehrt. Aber der Hunger tut weh, und schließlich wäre er wohl doch ein Weber geworden, wenn nicht ein anderes Ereignis dazwischengetreten wäre. Eines Tages, da schon die letzten Vorräte aus der dürftigen Speisekammer seiner Mutter verzehrt waren und ihn der Hunger nicht wenig plagte, ging er in trübseligen Gedanken durch die Straßen. Und da er müde ward, achtete er, versunken in die Betrachtung seiner traurigen Lage, wenig darauf, wo er sich niederließ. Er setzte sich auf einen Stein vor dem Hause des Hexenmeisters, an einen Ort, der sonst von den Bewohnern Winkelburgs ängstlich gemieden wurde. Und das Gefühl seiner Armut und Verlassenheit kam also über ihn, dass er sein Haupt auf die Knie legte und bitterlich schluchzte. Es war gerade um die Mittagszeit und die Straßen leer und sonnig. Aus allen Schornsteinen stieg kerzengerade ein behaglicher Rauch in die Luft und gab Kunde, dass dort gesotten und gebraten wurde, aber ach, auf keinem Herde etwas für den Arm verlassenen Wendelin. Da er nun so saß und die Tränen ihm zwischen den Fingern hindurchliefen und auf das heiße Steinpflaster tropften, klirrte plötzlich ein Fenster hinter ihm. Zugleich stieg ein köstlicher Duft von gebratenem und gebackenem an ihm vorüber und eine dünne, heisere Stimme sprach, »Hast du Hunger, mein Söhnchen? O komm herein, die Vöglein breteln in der Pfanne und warten auf dich. Hörst du, wie sie zirpen?« Wendelin sprang auf und sah Herrn Zuckermann in der Fensteröffnung stehen und pfiffig schmunzeln. Zu beiden Seiten seines kleinen, unheimlichen Vogelgesichtes hingen dünne schwarze Haare herab, und auf dem Kopf trug er ein Käppchen von rotem Sammet. Sonst war er bekleidet mit einem langen, alten Pelzrock, den er Sommer und Winter nicht von sich ließ. Dessen Farben waren einst dunkelgrün gewesen, jetzt aber so verschossen und beschmutzt, dass kein Maler sie mehr nennen konnte. An Herrn Zuckermann vorbei aber blickte Wendelin durch eine geöffnete Tür im Hintergrund in die Küche, aus der ein lieblicher Wohlgeruch hervordrang. In den bläulichen Dunst, der jen Raum erfüllte, malte der Sonnenschein helle Streifen, und ein behagliches Schmuren und Pretzeln drang an sein Ohr. Trotz seines Hungers wagte Wendelin nicht, dieses Anerbieten anzunehmen, denn er teilte die Scheu, die man in der ganzen Stadt vor dem Hexenmeister empfand. Da er aber nun gar nicht wusste, was er sagen sollte, so stand er zuerst ganz verblüfft da, und dann wollte er eben fortlaufen, als der Alte weitersprach. »Ach, Hasenfuß, wovor fürchtest du dich? Dein Gesicht gefällt mir, und ich meine es gut mit dir. Komm herein, du Narr, und höre, was ich dir sagen werde. Nachher magst du immer noch tun, was du Lust hast, oder willst du lieber hungern und dich in die dumpfe Stube an den Webstuhl sperren lassen? Kannst's besser haben, besser haben im schönen Garten bei Blumen und Bäumen.« So redete der Alte noch mancherlei, und es war seltsam, wie sich für Wendelin sein Antlitz verschönerte, so dass ihm schien, er habe nie einen freundlicheren, angenehmeren alten Hahn gesehen, und er noch recht wusste, was er tat, hatte der Knabe die Klinke in der Hand und trat in die Haustür. Eine ganze Tonleiter von Glocken erklang, als er diese öffnete, und damit noch nicht genug, denn rings im Hause bimmelte und läutete es überall und rief »Kuckuck« und »Kikeriki«, dass es ein förmliches Getöse gab. Ein kleines, sonderbares, weißes Hündlein, von jener sparsamen Sorte, die für gewöhnlich nur drei Beine in Gebrauch nehmen, lief auf ihn zu und kläffte mit einem feinen, heiseren Stimmlein ganz ungemein. Das klang aber so hässlich und bösartig, dass man wohl merkte, hätte es die Macht gehabt und wäre es nicht gar so erbärmlich gewesen, dann wäre es ihm an den Hals gesprungen und hätte ihn zu Boden gerissen. Auf einmal stand Herr Zuckermann neben dem Knaben. Dieser hatte nichts von ihm gehört, weil der Alte auf Filzschuhen ging. »Nun komm, nun komm«, sagte er, nahm den Knaben an der Hand und führte ihn in ein großes Zimmer, das nach dem Garten lag. Dies mochte wohl das Studierzimmer des Hexenmeisters sein, denn an den Wänden standen viele Reihen von in Schweinsleder gebundenen Folianten mit bunten, seltsamen Figuren auf dem Rücken verziert. Oben auf diesen Bücherständen befanden sich gräuliche, ausgestopfte Tiere und Gerippe und mit Blasen zugebundene Glashäfen, in denen Schlangen und große Eidechsen und anderes hässliches Getier in Spiritus eingemacht waren. Ein ungeheurer, grünglasierter Ofen stand an der Wand, auf dessen Kacheln allerlei abscheuliche Fratzen und Hexengesichter hervorstirrten und dergleichen Dinge mehr. In der Mitte des Zimmers war ein bereits gedeckter Tisch mit drei Stühlen herum, deren einer gar seltsam hoch und wie ein Kinderstuhl gebaut war unter einem kleinen Türmchen glich. Plötzlich tat sich die Tür auf, und der Affe lief auf drei Händen herein, während er in der vierten einen Teller trug. Er sprang auf den Tisch, setzte den Teller nieder, grinste ein wenig und fletschte die Zähne gegen Wendelin und lief dann wieder hinaus. So rannte er ab und zu, alles einzeln mit großer Schnelligkeit herbeibringend, und deckte den Tisch. So dann, indem er vorsichtig auf den Hinterhänden watschelte und die Stirn bedächtig kraus zog, brachte er die Suppe. Auf das dritte Stühlchen war der kleine Hund gehoben. Er saß mit am Tisch und schlägte zierlich die Suppe von seinem Tellerchen, in der er von Zeit zu Zeit Wendelin boshaft ankläffte. Dergleichen herrliche Suppe hatte diese aber noch niemals gegessen. Sie floss wohltätig in seinen hungrigen Magen, und alsbald begann sein Blut so behaglich durch seine Glieder zu strömen, dass er meinte, sich nie im Leben so wohlgefühlt zu haben. Später gab es kleine gebratene Vöglein mit Apfelmus und dazu goldklaren Wein, der also duftete wie eitel Frühlingshauch und so kühl war, dass sich die Gläser mit feinen Perlentröpfchen beschlugen. Zuletzt kamen noch kleine Schmalzküchlein mit Himbeermus gefüllt und gezuckerte Früchte. Wendelin, für den Perlkartoffeln und Hering schon ein Festgericht waren, glaubte, besser könne der König auch nicht speisen. Als Herr Zuckermann sah, wie der Knabe einhieb, verschmunzelte er und sagte, »Kannst immer so haben, brauchst nur zu wollen.« Nach Tisch setzte er ihm dann auseinander, was er von ihm wünsche. Er soll in seinem Garten arbeiten und seine Blumen und Sträucher in Ordnung halten, denn, Herr Zuckermann, wurde das Bücken schon etwas sauer. Dafür sollte er allmonatlich einen Laubthaler, freie Wohnung und Verköstigung und jährlich einen neuen Anzug haben. Da diese Beschäftigung Wendelin erwünscht kam, ihm auch der Hexenmeister gar nicht mehr gräulich, sondern als ein freundlicher, kleiner Herr schien, so schlug er ein, und die Sache war abgemacht. Allerlei Wunderliches Im Laufe der Zeit hatte Wendelin doch zu tun, sich an die Sonderbarkeiten dieses Hauses zu gewöhnen, denn es gingen dort ganz unerhörte Dinge vor. Selbst im Garten wollte ihm manchmal ganz gräulich zumute werden, absonderlich um die Mittagszeit. Dieser schmale Raum war vorn durch das Haus, hinten durch die Stadtmauer eingeschlossen und an den Seiten ebenfalls durch hohe Mauern versperrt. Der Hexenmeister zog hier allerhand Pflanzen und Kräuter, deren er für seine Zauberkünste und Geheimmittel bedurfte, als da sind Allermannsharnisch, Teufelsabbiss, Weißenorand, Hexenkraut, Eberwurz, Bilsenkraut, Pimpernell und dergleichen. Da wuchsen und blühten seltsame Gewächse, wie sie Wendelin noch nie gesehen hatte. An einigen hingen die Blüten wie rote Herzelein an einem Faden. Der Saft aus der Wurzel sollte gut sein gegen Liebeskummer. An anderen waren wieder die Blüten gestaltet wie Fliegen oder Schmetterlinge oder komische Männlein oder kleine Wagen mit Täubchen bespannt. Welche wuchsen dort, die schossen an einem Stern runder, blaugrüner Blätter mächtige Stiele hervor, die einen Kranz von großen Trichterblüten trugen, wie aus weißem, durchsichtigem Wachs geformt und am Grunde mit Purpurglut bemalt. Dann gab es solche, die mit langen Ranken umherkrochen und sich überall hinspannen. Wieder andere standen trotzig und stachelbewehrt da mit grausen, gezackten Blättern, und ihre Blumen schauten wie zornrote Gesichter aus einer dornigen Kappe hervor. Um die Mittagszeit war ein betäubender, schwerer Duft in diesem eingeschlossenen Raume, und dann schien es Wendelin gar nicht recht geheuer dort, denn unter den Blumen regte und bewegte es sich seltsam. Zuweilen war es ihm, als wenn sie mit Gesichtern nach ihm hinsahen, dann die Köpfe zusammensteckten und miteinander kicherten. Einmal, als er auf eine lange Ranke trat, die auf den Steig gekrochen war, hörte er ein feines, schmerzliches Winseln, und ein andernmal, als er eine Wurzel auszog, seufzte und klagte diese ganz wie ein Mensch, so dass er sie erschreckt fallen ließ. Noch mehr aber, schrak er, als die Wurzel sofort wieder in ihr Loch zurückschlüpfte und ein deutliches Lachen hören ließ. Solcherlei merkwürdige Dinge passierten ihm noch mehr, und deshalb hatte er um die Mittagszeit nicht gern in dem Garten etwas zu tun. Im Hause selbst war es aber auch nicht geheuer, denn in allen Winkeln huschte und muschelte es, absonderlich in der Dämmerung. Dass dies nun immer Ratten und Mäuse waren, das glaubte Wendelin nicht, denn er hatte manchmal deutlich kleine Männchen mit großen Köpfen erkannt, die dort mit Besen und Schrubber hantierten. Es mochten wohl Einzelmännchen oder dergleichen sein, die das Haus reinlich und in Stand hielten, denn alles war immer sauber und gefegt, obgleich niemand sonst eine Hand dazu rührte. Zuweilen bekam Herr Zuckermann einen sonderbaren Besuch. Die Haustür öffnete sich, und alle Glocken klingelten, allein es war niemand zu sehen. Dann schlürfte es wie auf Pantoffeln über den Gang und klopfte spitz und knöchern an die Tür. Herr Zuckermann öffnete und ließ es herein und war sehr höflich, ja fast kriechend gegen das Ding, das man nicht sah. War Wendelin zugegen, da ward er eiligst hinausgeschoben, und dann hörte er, wie der Hexenmeister laut und eifrig sprach und eine krähmende Stimme ihm Antwort gab. Noch einer Weile ging der Spuk wieder fort, in derselben Weise, wie er gekommen war. Herr Zuckermann war dann gewöhnlich sehr blass und aufgeregt und musste zu seiner Stärkung viel Wein trinken. Wendelin schlief oben in einer Bodenkammer, wo unter der Decke allerlei getrocknete Kräuter hingen und wo manches alte, seltsame Möbel stand. Die Wände waren tapeziert mit einer sehr alten, gewirkten Tapete, auf der die Kunst des Webers viele bunte, fantastische Vögel gebildet hatte, die in Blumgewinden saßen. Einst um Mitternacht, als der Vollmond in die Kammer schien, wachte Wendelin auf von einem lieblichen Singen und Klingen. Der Mond schien hell auf die alte Tapete, und da sah er nun, wie alle die bunten Vögel eifrig sangen. Er konnte deutlich bemerken, wie sie den Schnabel bewegten und den Kropf aufbließen. Erst als es von der Turmuhr eins schlug, verstummten sie wieder. An alle diese verwunderlichen Dinge gewöhnte sich aber Wendelin allmählich, und schließlich achtete er nur noch ein wenig darauf. Da er nun bei seiner leichten Gartenarbeit so wohl ernährt ward und alle Tage das feinste Wildbrett und andere köstliche Gerichte zur Genüge verzehrte, so wuchs er und ward stark, und seine Wangen wurden rosig und rund wie Äpfel. Er wusste nun auch, auf welche Weise Herr Zuckermann seinen Bedarf von feinem Wildbrett bestritt. Hinter dem großen Kachelofen stellte er seine Schlingen auf. Dann öffnete er ein Fenster und machte allerlei Zeichen in die Luft. Nicht lange dauerte es, dann kam es von draußen hereingesaust, und gleich darauf zappelte es hinter dem Ofen. Trat man dann hinzu, so hingen ein Hase oder fette Rebhühner, Schnäpfen, Wachteln oder Krammetsvögel oder dergleichen, je nach Begehr, in den aufgestellten Schlingen. War dagegen in dem Vorratsschranke das Mehl oder die Butter oder ein Gewürz oder sonst etwas ausgegangen, da wurde aus einer Grube im Hofe die entsprechende Schublade mit Sand gefüllt, und alsbald war das Gewünschte wieder vorhanden. Der Hexenmeister hätte wohl durch den Verkauf solcher billig erlangten Ware ein reicher Mann werden können, allein es war ein Aber dabei. Dieser Zauber wirkte nur für den Bedarf seines eigenen Hauses. Verkaufte er davon, so ward alles wieder zu Sand, was es gewesen war. Die Elster Schackerack In einer Ecke zwischen der Wand und dem großen grünen Kachelofen saß in einem Gitterkäfig die Elster Schackerack. Sie war fast so klug wie ein Mensch und konnte sprechen, pfeifen und lachen, bellen und noch vieles andere. Der kleine Hund, der Zipferling hieß, mochte sie nicht leiden und stand oft lange vor dem Käfig und kläffte sie in seiner boshaften Weise an. Die Elster kümmerte sich wenig darum, nur zuweilen betrachtete sie ihn spöttisch mit einem Auge, machte seinen Bellen nach und lachte dann. Dies brachte den Hund so auf, dass ihm die Augen aus dem Kopf vertraten und er sich fast heiser kläffte. Zu Wendelin schien die Elster eine große Neigung zu haben, und so oft der Knabe ins Zimmer trat, rief sie mit angenehmer Stimme »Wendelin« und pfiff dann auf besonders anmutige und schöne Weise. Eines Tages war er Zuckermann ausgegangen, nachdem am Tage zuvor das unsichtbare Wesen ihn besucht und viel und heftig mit ihm geredet hatte. Kaum war mit Zipferling fort, da hörte der Knabe vom Hause eine Stimme fortwährend rufen »Wendelin«, »Wendelin«. Verwundert ging er hin und fand, dass es die Elster war, die in ihrem Käfig unruhig auf- und abhüpfte und fortwährend diesen Namen rief. Sobald er ins Zimmer trat, sagte sie »Wendelin, hüte dich!« »Vor wem soll ich mich hüten?« fragte dieser. »Sie wollen deine Seele verkaufen«, sprach der Vogel. Als nun Wendelin fragte, was das bedeuten solle, erzählte ihm der Elster Schakerak seltsame Dinge. »Der Hexenmeister«, sagte sie, »hat mich durch List in seine Gewalt gebracht, ob er gleich über uns Elster nicht solche Macht hat, wie über die anderen dummen Tiere, die blindlings in seine Schlingen laufen.« Er weiß, dass sich den Ring des großen Magiers Girandola, den einst mein Ohr anentfüllte und der sich in unserer Familie von Geschlecht zu Geschlecht forterbte, in sicherem Versteck halte. Diesen Ring zu erlangen, ist sein höchstes Streben, denn der Besitzer dieses Juwels gebietet über die Geister der Erde, der Luft, des Feuers und des Wassers und ist dadurch der größte Magier der Welt. Tagtäglich liegt er mir in den Ohren und quält mich, dass ich ihm den Ring ausliefern soll, allein noch immer blieb ich fest, denn ich hasse diesen Hexenmeister. Er hat mir gedroht, mich in den Zwölften, wenn die richtige Zeit ist, zu töten und Pulver gegen die fallende Sucht aus mir zu brennen. Allein, ich lache darüber, denn er wird nicht mutwillig die einzige Hoffnung auf den Besitz des Ringes zerstören wollen. Meine Hoffnung auf Befreiung habe ich nun auf dich gebaut, umso mehr, da ich dir als Gegengabe einen großen Dienst leisten kann und du ohne meine Warnung verloren wärest. Gestern war der unsichtbare Gast wieder hier. Weißt du, wer das ist? Es ist der oberste der Hexenmeister, der alte Urian selbst. Ihm hat Zuckermann für seine Künste die Seele verschrieben und am Ende dieses Jahres ist die Zeit abgelaufen. Aber noch zehn Jahre Verlängerung der Frist kann er verlangen, wenn er dem Urian eine neue Seele zuführt, und dazu bist du bestimmt. Und unrettbar wärest du ohne meine Warnung verloren gewesen, denn du bist jung und unerfahren und leichten Sinnes und ungewappnet gegen die Künste des Teufels und die Gewalt böser Tränke, die den Sinn verwirren. Gib mir jetzt die Freiheit, und als Lohn will ich dich auf ein Jahr in den Besitz des magischen Ringes setzen. Wenn du diesen bei dir trägst, brauchst du den Hexenmeister nicht zu fürchten, denn keine Macht der Welt kann dir etwas anhaben. Wendelin war über die Erzählung der Elster Schackerack über die Maßen erschreckt und verwundert, allein er zögerte noch und fragte und wollte mehr wissen. Jedoch die Elster rief, »Die Zeit ist kostbar, in einer Stunde wird Herr Zuckermann zurück sein, und fast so viel Zeit brauche ich, den Ring zu holen.« Halb betäubt und ganz verwirrt öffnete Wendelin die Tür des Käfigs und das Fenster. Im Augenblick war die Elster draußen und schoss in hastigem Bogenfluge davon. Bald war sie hinter der Stadtmauer verschwunden, und nun befiel Wendelin eine tiefe Reue über seine Tat. Wer bürgte ihm dafür, dass die schlaue Elster ihn nicht betrog, und welche Sicherheit hatte er, dass sie ihr Wort halten würde? Wie entsetzlich langsam schlich die Zeit dahin. Alle Augenblicke fuhr er zusammen, denn er glaubte, die Schritte des zurückkehrenden Zuckermanns zu hören. Bald lief er ins Vorderfenster und schaute angstvoll in die stille, sonnige Straße hinab nach ihm aus, bald wieder nach hinten und starrte in die blaue Sommerluft. Der Pendelschlag der Uhr klang so träge, und die Zeiger rückten so langsam vor. Er hätte sie schieben mögen, wenn das nur etwas geholfen hätte. Drei Viertelstunden waren so endlich vergangen, und seine Angst ward immer größer, denn von der Elster war noch immer nichts zu entdecken. Da kamen schlürfende Tritte die Straße herunter, es war Herr Zuckermann, Wendelin kannte seinen Tritt. An allen Gliedern Zittern stand der Knabe da, und Leichenblässe bedeckte sein Gesicht. Nun ging die Tür auf, und alle Glöckchen klang. Schon wollte Wendelin aus dem Fenster springen, durch den Garten rennen, über die Stadtmauer klettern und davonlaufen in die weite Welt. Da im letzten Moment, als der Zuckermann schon nach dem Türdrücker tastete, rauschte ein Flügelschlag. Die Elster saß auf dem Fensterbrett und ließ den Ring aus ihrem Schnabel fallen. Wendelin steckte ihn rasch zu sich, und die Elster rief noch, »Nur den Ring am Finger drehen, und du wirst die Geister sehen«, und schwang sich in dem Moment, da der Hexenmeister in die Tür trat, mit lautem Gelächter davon. Dieser stürzte in voller Wut auf Wendelin zu, »Du hast die Elster fortfliegen lassen«, schrie er. »Jawohl«, sagte Wendelin, »ganz ruhig.« Zuerst war Herr Zuckermann ganz starr vor Zorn. Die Augen traten ihm aus dem Kopf, seine Lippen bebten, und nur ein heiseres Krächzen brachte er vor. So dann stürzte er nach seinem Schrank, nahm ein Fläschchen mit einer goldgelbenden Flüssigkeit hervor, riss seine Hundepeitsche von der Wand und schrie, »Ein räudiger Hund sollst du werden, und ich will dich peitschen, bis du nicht mehr winseln kannst.« Dann besprengte er Wendelin mit dem Inhalt der Flasche und mummelte einige Worte dazu. Aber wie groß ward sein Entsetzen, als Wendelin ruhig lächelnd dastand und seine Gestalt nicht veränderte. Ein Zittern befiel den Hexenmeister, er starrte den Knaben wie ein unheimliches Wunder an, und dann sank er plötzlich in die Knie und rief, »Er hat den Ring!«, »Er hat den Ring!«. Nun kroch er halt zu und umfasste Wendelins Knie und bat und flehte, »Er soll ihm den Ring geben!« Mit Schmeicheleien und Versprechungen bestürmte er ihn. Dann lief er fort und holte einen Beutel mit Gold nach dem anderen herbei. Er schüttete auf den Fußboden einen Haufen davon, der in der Sonne flammte und glitzerte, er holte alles herbei, was er an Kostbarkeiten besaß, und legte alles dazu. Alles dies wollte er Wendelin geben für den einen Ring. Da sah nun dieser wohl, wie wertvoll dessen Besitz war. Er stieß den jammernden Hexenmeister von sich, nahm seinen Hut und ging zur Tür hinaus. Schluss Wendelin verließ die Stadt und wanderte fort bis an den nächsten Wald. Dort, in dem dichten Schatten einer Fichtenschonung verborgen, steckte er den Ring an den Finger, und da ihm doch etwas bänglich zumute war, so schloss er die Augen und drehte wohl viermal den Ring. Nun wagte er die Augen gar nicht wieder zu öffnen und horchte und lauschte anfangs ein wenig. Allein nichts ward ihm bemerklich als ein Duft wie von frischem Erdreich. Von der einen Seite wehte es ihn an wie ein Luftzug, von der anderen traf ihn eine Glut, wie sie eine Herdflamme ausstrahlt, und dazwischen vernahm er das rieselnde Rauschen, das seinem Quellbach eigen ist. Endlich, mit einem schnellen Entschluss, riss er die Augen auf und sah vor sich vier wohlgekleidete junge Leute, die im Mindesten nichts Gräuliches oder Abschreckendes an sich hatten. Der eine war in schwarzem, bunt geblümten Stoff gekleidet und trug eine grüne Kappe. Der andere war Feuerfarben angezogen und so ein schwärzlicher Hut mit einer grauen Feder versehen, die der leiseste Windhauch wallend bewegte. Der dritte hatte mehr grüne Seide angetan und sein Haupt war von einer flockigen Mütze kraus wie Wellenschaum geziert, während der vierte Himmel blau einherging und ein goldstrahlendes Käppchen auf leuchtendem Goldhaar trug. Alle vier standen aber in stummer Erwartung demütig da, wie vor ihrem Herrn und Meister. Wendelin bedachte sich nicht lange, er ließ sich ein schönes Ross, einen kostbaren Anzug, einen wohlgefüllten Mantelsack und einen tüchtigen Beutel mit Goldstücken bringen, kleidete sich mit Hilfe dieser gefügigen Diener und ritt wohlgemut in die Welt hinaus. So durchreiste er viele Städte und Länder, überall mit Freuden begrüßt und mit Bedauern entlassen, denn er teilte das Gold aus mit offener Hand. Die Schätze der Erde, die Perlen des Meeres, die Gewalt des Feuers standen zu seiner Verfügung, und was sein Herz wünschte, brachten aus den fernsten Gegenden eilig die schnellen Geister der Luft herbei. Er vergaß aber nicht, was die kluge Elster ihm mitgeteilt hatte. Nachdem er zehn Monate so in der Welt herumgezogen war, gelangte er in eine herrliche Gegend, wo es ihm ausnehmend gefiel. Dort kaufte er sich einen großen Landstrich und baute an einem See, der anmutig zwischen den mächtigen Waldungen lag, mit Hilfe seiner Geister in großer Schnelle ein prachtvolles Schloss, das nirgends im Lande seinesgleichen hatte. Als es vollendet dastand, war gerade ein Jahr um, seit er den Hexenmeister verlassen hatte, und um Jahrestage dieses Ereignisses saß er gerade an einem geöffneten Fenster, wo man über den blauen See und das grüne Meer der Waldeswipfel in die blaue Ferne blickte. Wendelin spielte mit seinem Ring, zog ihn vom Finger und ließ den goldfarbigen Stein, der ihn zierte, in der Sonne blitzen. Da rauschte es wie Flügelschlag, und plötzlich saß die Älster Schackerack auf dem Fensterbrett, nahm ihm den Ring aus der Hand, flog damit fort und war bald zwischen den Waldwipfeln verschwunden. Wendelin heiratete später ein schönes Fräulein, sein Geschlecht blüht noch bis auf den heutigen Tag. In der Silvesternacht des Jahres, da Wendelin fortgezogen war, ist gegen Mitternacht in dem Hause des Herrn Zuckermann ein entsetzlicher Lärm losgegangen. Ein Feuerschein ist aus den Fenstern hervorgedrungen, und man hat bemerken wollen, wie zwei Gestalten inwendig miteinander kämpften. Plötzlich ist es ganz dunkel geworden und zugleich ein feuriges Ding mit einem langen, glühenden Schweif aus dem Schornstein in die Lüfte gefahren. Am anderen Morgen sind mutige Leute in die Wohnung gedrungen, und da hat der Zuckermann ganz blau im Gesicht und mit gebrochenem Genick auf dem Sofa gelegen. In seinem Nachlass hat man eine große Kiste mit Gold und manche wertvollen Dinge gefunden. Die meisten Schubladen sind aber zur großen Verwunderung der Leute voll Sand und Erde gewesen. Das Hühngrab Draußen auf dem Felde zwischen dem Korn lag ein Hühngrab. Eine gewaltige Eiche stand darauf und ringsumher Weißdorn, wilde Rosen und anderes Gestreuch. Eines Tages, da ich noch ein kleiner Knabe war und mir das Korn weit über mein Haupt reichte, ging ich an einem Sonnabendnachmittag hinaus, denn ich wollte mir Spielbaumholz schneiden zu Bolzen für meine Armbrust. Ich saß eine Weile auf den knorrigen Baumwurzeln der alten Eiche und schaute über das Feld hinaus. Es war ein recht sonnenglühender Nachmittag, und nur zuweilen hauchte ein warmer Luftzug über die Felder, dass sich die Halme flüsternd neigten. Am Horizont standen weiße, träumende Wolken, und ringsumher war das schwirrende Getön der sammerlichen Insekten. Aus dem gelben Kornmeer taumelten zuweilen die spielenden Schmetterlinge hervor und verschwanden dann wieder zwischen den Halmen. Als ich einige Zeit so gesessen hatte, hörte ich neben mir im Buschwerk ein Geräusch, ein Knistern im Gras und ein Rascheln in den kleinen Zweigen. Anfangs achtete ich nicht darauf, denn es gab dort viele Mäuse, die im Hügel ihre Nester hatten. Da hörte ich plötzlich eine feine Stimme sagen, »Hackebock, bring auch die große Krone heraus!« Ich erschrak, denn, ich sah dort niemand, nur zwischen den Büschen, wo ein kleiner freier Platz war, bemerkte ich etwas Blitzendes. Ich beugte mich vor und spähte vorsichtig durch das Buschwerk. Da sah ich zwei ganz kleine Männlein mit grauen Bärten und grauen Gewändern, die vielblitzendes Goldgeschirr und funkelndes Edelgestein in der Sonne ausbreiteten. Ein Dritter, dessen weißer Bart bis auf die Erde niederhing, hatte einen feinen Goldreif um die Stirn und stand daneben und sah zu. Dann kamen aus einer kleinen Höhle, die unter dem Buschwerk verborgen war, noch mehr dergleichen kleine Zwerge hervor, die in ihren Armen goldene Becher, Gefäße und Edelsteine getragen brachten und sie zu den übrigen legten. Endlich schleppte der Letzte eine mit vielen funkelnden Steinen besetzte Krone herbei, die er mit beiden Armen umspannt hielt, und dann machten sie sich alle daran, diese Dinge recht schön auf dem Platze zu ordnen, dass sie in der Sonne wie Feuer blitzten und funkelten. Ich mochte, als ich mich vorbog, um besser sehen zu können, wohl ein Geräusch gemacht haben, denn auf einmal sahen sie alle von ihrer Arbeit mit zornigen Gesichtern zu mir auf, und einer rief, »Er sieht uns, er ist ein Sonntagskind.« »Er muss sterben!«, rief ein anderer. Auf einmal, ehe ich mich recht besinnen konnte, waren die kleinen Männer um mich herum, und im Nu waren meine Füße mit feinen, goldenen Ketten so fest an die Baumwurzeln geschnürt, dass ich sie nicht im Geringsten bewegen konnte. »Was wollt ihr von mir?«, rief ich, »ich hab euch nichts getan!« »Toch, du wirst uns verraten!«, sagte der mit dem goldenen Reif um die Stirn, die ihr König war. »Du wirst es den großen, plumpen Menschen im Dorf erzählen, und sie werden kommen und mit ihren Schaufeln unseren Berg umwühlen, in dem wir Jahrtausende gewohnt haben.« »Wir wollen ihn totstechen!«, rief einer. »Er soll den Giftpilz schlucken!«, rief ein anderer. Ich begann mich sehr zu fürchten, denn die kleinen Männer machten grimmige Gesichter, und einzelne drohten mir mit spitzen Schwertern, die sie schnell aus der Höhle geholt hatten. »Ich werde euch ganz gewiss nicht verraten, ihr kleinen Zwerge,«, rief ich, »gebt mich frei! Ihr sollt es niemals bereuen!« Der Zwergenkönig strich sich nachdenklich seinen weißen Bart. Dann winkte er den anderen, und nun standen sie alle, steckten die Köpfe zusammen und wisperten untereinander. Zuweilen sahen sie nach mir hin, und endlich hob der König drei Finger auf und sprach etwas, wozu sie alle mit den Köpfen nickten. Dann ging sie wieder auseinander. Der König trat vor mich hin und sprach, »Du hast uns nicht absichtlich belauscht, und wenn du von unseren Heimlichkeiten gesehen hast, so ist es unsere Schuld, da wir uns hätten zuvor überzeugen sollen, ob du nicht ein Sonntagskind seist.« »Auch«, sagte Knisterknick mir, »dass er dich schon oft heimlich beobachtet habe, und er glaubt, dass man dir vertrauen könne. Aber du musst einen feierlichen Schwur tun, dass du niemals von dem sprechen wirst, was du bei uns gesehen hast oder sehen wirst.« Ich versprach es, und nachdem ich den Schwur geleistet hatte, banden mich die Zwerge los, und nun durfte ich noch ein wenig dort bleiben und ihnen zusehen. Der König setzte sich neben mich auf eine hervorragende Baumwurzel und sprach, »Jedes Mal im Sommer, wenn das Getreide reif wird und es hier recht einsam ist, da bringen wir unsere Kostbarkeiten und Juwelen hinaus, um sie zu putzen und zu sonnen.« Unterdessen waren die anderen zwar geeifrig beschäftigt, mit feinen Läppchen die Becher, Gefäße und Edelsteine zu reiben, dass sie noch viel feuriger blitzten als zuvor. Ich fragte, »wohnt ihr schon lange in diesem Hügel?« »Ihr Menschen, die ihr alle fünfzig Jahre neu seid, mögt es wohl lange nennen«, sagte er. Ich erzählte ihm, »dass die Leute diesen Hügel für ein Hühngrab hielten.« »Die Leute sind dumm«, sagte er, »als wir von Asien kamen und in diesen Hügel einzogen, da hatte das große Wasser sich hier eben verlaufen, und es gab noch gar keine Menschen in dieser Welt.« Unterdessen waren die Zwerge fertig geworden und fingen an, alles wieder in den Hügel zu tragen. Der König stand auf, hob die Hand und sprach, »denk an den Schuhe!« Ehe er hineinging, drehte er sich noch einmal um und sagte, »Wenn du willst, kannst du uns des Sonnabends um diese Zeit manchmal besuchen. Hast du einmal ein dringendes Anliegen an uns, so poche dreimal an diesen Stein, der gewöhnlich vor unserer Tür liegt, und es wird jemand kommen, der nach deinem Begehr fragt. Aber hüte dich, dass es nichts Törichtes ist, was du verlangst!« Ich sah die kleinen Zwerge noch oft wieder, denn ich konnte kaum den Sonnabend-Nachmittag abwarten, um sie aufzusuchen. Ich sah dann ihren Spielen zu oder ließ mir Geschichten von ihnen erzählen. Bald kannte ich sie alle bei Namen. Da war Hackebock der Starke, der konnte mit einer Hand den Stein von der Zwergenhöhle wälzen. Knisterknick war der pfiffigste von ihnen und konnte so schnell und behend in den Büschen klettern wie ein Eichhörnchen. Wurzelbold war der kleinste und unbeholfenste, aber er konnte sehr drollig Kobolds schießen, und trippelfix tanzte den Zwergentanz so schön wie kein anderer. Alle konnten aber wunderherrliche, zierliche Arbeiten aus Gold, Elfenbein und Edelstein verfertigen und aus Holz künstliche und seltsame Dinge schnitzen. Spinnefein vermochte die feinsten goldenen Fäden zu spinnen, und Schiffchentritt webte aus Gold und Seide die herrlichsten Gewänder. Am liebsten waren mir aber Murmelmund und Simserich. Murmelmund wusste viele tausend Geschichten zu erzählen. Er saß oft stundenlang auf meinem Knie, strich sich den langen Bart und erzählte von Elfen, Riesen, Drachen und Kobolden. Simserich hatte eine Harfe, sehr fein aus Gold und Elfenbein gearbeitet, darauf waren als Seiten Sirenenhaare gespannt. Wenn er darauf spielte, so erklang es gar fein und lieblich, und er sang viele alte Zwergenlieder. Die waren nun zwar in Zwergensprache, und ich verstand sie gar nicht, allein sie gefielen mir doch sehr. Der König Raschelbart war aber niemals dabei. Der saß immer in seiner Höhle, denn er konnte die Außenluft nicht recht vertragen. So kam der Herbst heran. Eines Abends saß ich zu Hause hinter dem Ofen und dachte an die Geschichten, die mir Murmelmund erzählt hatte. Der Vater unterhielt sich mit einem fremden Manne, der zu Besuch bei uns war. Der war ein Altertumsforscher und suchte alte Knochen, alte Töpfe und alte Geräte von alten Völkerschaften, die längst tot waren. Ich achtete anfangs nicht darauf, aber bald wurde ich aufmerksam, denn sie sprachen von dem Hühngrab. »Sie geben mir also die Erlaubnis, den alten Hügel aufgraben zu lassen und nach allen Richtungen hin zu untersuchen?« sprach der fremde Mann. Mein Vater antwortete, »es wäre mir lieb, wenn Sie die alte Eiche schonten, die darauf steht. Wenn es jedoch Ihre Forschungen erfordern, so mag auch Sie fallen.« Ich bekam einen heftigen Schreck, und ohne mich zu besinnen, was sich tat, fuhr ich hinter dem Ofen hervor und rief, »es ist ja gar kein Hühngrab, Vater! Der Hügel war ja schon da, als es noch gar keine Menschen gab.« »Junge, was verstehst du davon?« sagte mein Vater. Und der Altertumsforscher sah mich durch seine großen Brillengläser an und lachte. Ich bat meinen Vater nun, er solle doch den Hügel stehen lassen, ich konnte ihm aber nicht sagen, warum. Und endlich ward er böse und schickte mich hinaus. Ich lief sofort durch den Garten und auf das Feld. Es war eine klare Herbstnacht, und der Mond schien hell auf meinen Weg. Als ich auf dem Hügel angelangt war, klopfte ich dreimal an den Stein. Nach einiger Zeit kam Hackebock mit einer kleinen Laterne in der Hand heraus und fragte, was ich wolle. Ich erzählte ihm alles, was ich gehört hatte, und er erschrak so, dass ihm die Laterne aus der Hand fiel und ausging. Dann lief er schnell zurück, und alsbald entstand ein Lamentieren und Wehklagen im Innern des Hügels, und dann kam König Raschelbart selbst und hinter ihm die übrigen Zwerge. Ich musste nun alles noch einmal erzählen, und sie standen all um mich herum und machten traurige Gesichter. »Ich dachte mir, dass es einmal so kommen würde«, sagte König Raschelbart. »Lasset uns gleich in dieser Nacht vorziehen zu König Bodeneck im Harz, der wird uns freundlich aufnehmen.« Die Zwerge gingen alle betrübt in den Berg zurück und kamen nach einer Weile mit vielen Säcken, die ihre Kostbarkeiten enthielten, zurück. Sie reichten mir alle ihre kleinen Hände und nahmen Abschied von mir. Einige schluchzten laut und riefen, »Oh, unser lieber Hügel, wo wir so viele tausend Jahre gewohnt haben!« Dann zündeten sie Fackeln an und zogen den Berg hinab. Voran ging Raschelbart mit seinem weißen Elfenbeinstab in der Hand. Dann kam, schwer beladen mit ihren Säcken, Hackebrock, Murmelmund, Simserich, Knickeknick und all die anderen, und zuletzt keuchte Wurzelbold hinten nach. Dann zogen sie hinaus in die Nacht. Eine Zeit lang hörte ich noch ihr Klagen und Lamentieren und sah den kleinen Zug von Zeit zu Zeit hinter den Büschen verschwinden und dann wieder auftauchen, und dann hörte ich nichts mehr und sah nur noch die Fackeln zuweilen aufleuchten. Zuletzt sah ich den Zug fern wie eine leuchtende Raupe über den Berg riechen, und dann nichts mehr. Am anderen Tage kam der Altertumsforscher mit vielen Arbeitern und ließ den ganzen Hügel umgraben. Er fand aber nichts als eine alte Bierflasche, die die Feldarbeiter dort einmal vergessen hatten. Die kleinen Zwerge aber waren fort und kamen niemals wieder. Die grüne Eidechse Der große Garten des Pfarrhauses, in dem ich geboren bin, schloss sich dem Kirchhof an. Dieser war bedeutend höher gelegen und durch eine Mauer aus großem Feldstein von dem Garten, der sich an einer Stelle buchtartig dort hinanzog, abgegrenzt. Den abgelegenen Winkel, der sich dadurch bildete, nannten wir die Kapellenhecke, weil an dieser Stelle auf dem darüber liegenden Kirchhof zwischen Busch und Baum die gräfliche Grabkapelle gelegen war. Dieser versteckte Ort war mein Lieblingsplatz, denn selten kam jemand in diese abgeschiedene Einsamkeit. In dem Buschwerk, das dort wucherte, konnte ich ungestört meine Hütten bauen und geheime Vorratskammern anlegen, in die ich wie ein Eichhörnchen Nüsse und Obst zusammentrug. Wenn aber die Sonne schien und auf die große Feldsteinmau ihre Strahlen sendete, da konnte ich stundenlang auf der Lauer liegen, ob sich die grüne Eidechse nicht zeigen würde. Damit hat es folgende Bewandtnis. Unser früheres Dienstmädchen, das jetzt im Dorfe verheiratet war, hatte mir erzählt, sie sei in der Mittagsstunde einmal in die Kapellenhecke gekommen, da habe ein schöner blauer Vogel auf einem Aste gesessen und immer gerufen, »Szeit, Szeit!« Als sie nun hinzugegangen wäre, um ihn näher zu sehen, da habe der Vogel ganz deutlich gelacht wie ein kleines Kind und sei fortgeflogen. Ihr sei ganz sonderlich dabei zumute geworden, denn es sei in dieser Ecke niemals recht richtig gewesen. Aber sie habe wieder Mut gefasst, da man sich am hellen Mittag doch nicht fürchten durfte. Doch plötzlich sei in der Mauer etwas Blitzendes gewesen, das ordentlich Funkeln in ihre Augen geworfen habe. Und da, fuhr sie fort, saß denn in einer Mauervuge eine große grüne Eidechse, die trug eine feine goldene Krone, aus der die Sonne förmlich Feuer zog. Als ich das Tier nun starr ansah und vor Verwunderung große Augen machte, da richtete es sich ganz hoch auf und machte mir schnell drei ordentliche Diener, wobei das Krönchen jedes Mal einen Funkenblitz warf, und witsch, war es weg, und in der Mauer fing es an, mit feinen Stimmen zu kichern und zu lachen, wie wenn die Mäuse pfeifen. Aus der Ferne hörte ich noch einmal den Vogel rufen, aber nun klang es wie »Vorbei, vorbei«. Mir lief es kalt den Rücken hinunter, und die Hacken wurden mir lang, sodass ich mich schnell davonmachte und nicht eher zur Ruhe kam, als bis ich in meiner Kammer war. Diese Erzählung hatte einen unvergesslichen Eindruck auf mich gemacht, und ich hätte alles darum gegeben, ebenfalls dieses wunderbaren Tieres ansichtig zu werden. Zwar hatte mein Vater über die Geschichte gelacht und mich belehrt, dass grüne Eidechsen in unserer Gegend gar nicht vorkämen, und nun gar solche mit goldenen Kronen und dergleichen besonderen Angewohnheiten, und hatte gemeint, die gute Trina hätte wohl einmal bei hellem Tage und mit offenen Augen geträumt. Allein trotzdem konnte ich noch immer die Hoffnung nicht aufgeben, desselben Glückes teilhaftig zu werden, und ward nicht müde, mich immer wieder auf die Lauer zu legen und die Fugen und Ritzen der Mauer mit wachsamem Auge zu mustern. Allein immer war es vergebens gewesen. Jedoch eines Tages im Juli, als die Sonne gegen die Mittagszeit mit besonderer Glut vom Himmel strahlte, befand ich mich an einem ganz entgegengesetzten Teile des Gartens, wo er an das Feld angrenzte, und war, bewogen durch den seltsamen Ruf eines mir unbekannten Vogels, auf den Zaun geklettert und schaute in die schwerreifen Kornfelder hinaus. Der leichte Wind brachte ein leises Wiegen und flüstern der Halme hervor, und weiterhin stand mitten im Felde ein Busch mit schwankenden Zweigen, auf dessen höchster Spitze der fremde Vogel hin- und hergeschaukelt wurde. Es lag etwas merkwürdig herausforderndes und die Aufmerksamkeit erweckendes in dem unablässig wiederholten Rufe dieses Tieres, so, dass man sich unwillkürlich veranlasst fühlte, sich nach seinen Wünschen zu erkundigen. Plötzlich erhob sich der Vogel, schoss in ruckweisem Fluge durch die Luft und setzte sich auf einen Baum, der über mich hin seine Zweige streckte. Mich dünkte, es ginge mich ganz besonders an, was er unausgesetzt rief, nur konnte ich keinen Sinn damit verbinden. Dann setzte er seinen Flug fort, quer durch den Garten, immer rufend und lockend, so dass ich, wie durch einen inneren Zwang veranlasst wurde, ihm zu folgen, bis ich schließlich in der Kapellenhecke anlangte. Dort saß er auf einem der Bäume, die die Kapelle umgaben, im Sonnenschein, und ich sah, dass ein blauer Schimmer von ihm ausging, und ich verstand plötzlich seinen Ruf. »S'zeit? S'is'zeit? Und weiter flog er von Wipfel zu Wipfel, bis sein Ruf in der Ferne verklang. Unwillkürlich fielen meine Blicke auf die Kirchhofsmauer, allein, so sehr ich auch späte und meine Augen umgehen ließ, ich vermochte nichts zu entdecken. Sie lag in dem hellen Glanz der Mittagssonne ganz still da, und jedes Gräschen und jede Ranke, die an ihr hervorwuchs, warf einen fein zierlichen Schatten hinter sich. Einige Mauerwespen schwebten und tanzten an den Steinblöcken, und zuweilen kam ein Schmetterling, glättete seine Flügel behaglich auf einer besonden Fläche, stieg dann schwankend empor und verschwand nach dem Kirchhof zu. Mich überkam die Empfindung, wenn ein Geheimnis in dieser Mauer verborgen war, so musste es sich heute lösen. Ich setzte mich geduldig in den Sand und wendete kein Auge von ihr. So mochte ich wohl eine Viertelstunde gewartet haben, da fing in der Luft ein Singen und Klingen an, das mich fast in Verwunderung setzte. Unten in der Tiefe war es ganz windstill, während oben ein leichter Sommer auch die Wipfel der Bäume regte und auf den leicht bewegten Zweigen gleichsam wie auf Hafenseiten spielte, indes allerlei süße, klagende Stimmen in der Luft entstanden und verschwebten, und aus der Ferne ein sanftes, sehnsüchtiges Rufen zu kommen schien. Es schwoll an und dämpfte sich wieder in einer müden, traumseligen Weise, wie wenn eine Mutter ihr Kind leise in den Schlaf sinkt. Und plötzlich tönte ein dumpfes Dröhnen hindurch und wiederholte sich taktmäßig zwölfmal. Es war die Kirchenuhr, die die Mittagsstunde schlug. Allein, obgleich dies ganz in der Nähe war, klang es doch traumhaft und gedämpft, wie aus weiter Ferne. Als der letzte Schlag verheilt war, blieb nur ein leises, singendes Sieben in der Luft, sonst war es ganz still. Warum war es plötzlich so hell vor meinen Augen? Es brannte dort in der Mauer, jetzt flammte und blitzte es stärker auf. Wie kam das Feuer dorthin? Es war ja kein Feuer, es war der Sonnenschein, der auf einer kleinen, goldenen Krone blitzte, die auf dem Kopf einer grünen Eidechse saß. Nun war meine Sehnsucht doch erfüllt. Das schöne, lichtgrüne Tier, dessen Seiten lasurblau schimmerten, saß dort am Eingang seiner Höhle und schaute mit den klugen, goldenen Augen auf mich hin. Aber als ich das Wunderding nun unverwandt anstarrte, da war es mir, als wiche es immer weiter in die Ferne zurück. Vor meinen Augen fing es an, gar seltsam zu schwimmen und zu fließen in grüngoldigem Schimmer, wie wenn man wohl in sonnendurchglänztes Gezweige schaut. Dieses Geleuchte nahm allmählich Form und Gestalt an. Und dann sah ich wohl, es war keine Eidechse mehr, sondern die kleine Ella, die Tochter jener jungen Gräfin, die dort oben in der Grabkapelle so einsam in ihrem Sage lag. Das Mädchen trug ein lichtgrünes, blauschillerndes Kleid und silberne Schuhe, und ein goldenes Krönchen blitzte in seinem dunklen Haar. Aber es war doch nicht die kleine Ella, denn deren Augen waren dunkelblau, und diese da hatten so seltsame, goldene Augen wie eine Eidechse. Auf einmal sagte sie, indem sie auf die Mauer zeigte, »Kommst du mit hinein?« Ich wunderte mich, wie das geschehen sollte, da doch die Spalte eben nur einer Eidechse oder einer Maus durchzuschlüpfen erlaubte. Allein in diesem Augenblick trat das Mädchen beiseite, und ich sah eine dunkle Öffnung in der Mauer gleich dem Eingang einer kleinen Höhle. Da es mir unmöglich schien, diesem wunderbaren Mädchen etwas abzuschlagen, so sagte ich, »ja!« Das Kind ergriff meine Hand und zog mich hinter sich her in den engen Raum, wo es kühl und finster war. Von dieser Berührung ging ein seltsamer Schauer durch meinen Körper, denn die feine, schmale Hand war kalt wie der Tod. »Du bist doch nicht die kleine Ella«, sagte ich. »Ich bin, wer ich bin«, sagte sie, »die kleine Ella sitzt auf dem Schloss und isst Rosenbonbons.« Ich dachte, ich säß am liebsten bei ihr, um ihr zu helfen, denn es war schauerlich, immer weiter in diesen dunklen, feuchten Gang hineinzutappen. Zugleich fiel mir ein, dass wir uns bald in dem Bereich der Kapelle befinden mussten, und in dem sah ich auch schon einen schwachen Lichtschimmer vor mir glimmen. »Wohin fühlst du mich?«, fragte ich das seltsame Wesen. »Das wirst du sehen«, antwortete das Mädchen, »und es wird sich zeigen, ob du die Tat vermagst.« Dann ward es ganz hell vor uns, und wir traten in einen schwarz ausgeschlagenen Raum, in dem eine Menge Wachslichter auf silbernen Leuchten brannten. In der Mitte stand auf einem düsteren Unterbau ein offener Sarg mit silbernen Zieraten, und darin lag die schöne junge Gräfin, ganz wie ich sie damals gesehen hatte, als sie im Schlosse zum letzten Male ausgestellt war. Sie trug ein Kleid von weißem Atlas mit silbernen Spitzen, und ihre schmalen Hände, die noch weißer schimmerten als die Seide, waren still über der Brust gefaltet. Zu beiden Seiten, über die Schultern hinweg, lagen die schweren Zöpfe ihres dunklen Haares, und die Wimpern ihrer geschlossenen Augen schatteten über die wachsbleichen Wangen des friedlich schlafenden Angesichts. Es war, als seien die langen Jahre über sie hinweggegangen, wie eine kurze Nacht. Es war totenstill in dem Räume, selbst die Lichter knisterten nicht und standen mit gleichsamen, versteinerten Flammen ruhig da. Nur von Ferne kam ein leises, getragenes Tönen wie gedämpfter Orgelklang. Endlich wagte ich zu flüstern, ich dachte, sie läge oben in der Kapelle in dem geschlossenen Sarge. »Der Sarg ist leer«, sagte das Mädchen. »Sie liegt hier unten schon lange Jahre und schläft. Sie ist nur verzaubert, und der Tod hat noch keine Macht über sie. Jetzt ist die Stunde, da sie erlöst werden kann.« Dann deutete sie rasch nach oben und fuhr fort, »höhst du es wohl pochen und scharren?« Ich horchte und vernahm deutlich ein Geräusch, wie es ein Pferd hervorbringt, wenn es auf dem Boden stammt und mit den Hufen kratzt. »Das ist der silberweiße Schimmel«, sagte das Mädchen. »Er steht und wartet, dass sie kommen soll. Wenn sie erlöst ist, wird sie ihn besteigen und wieder auf das Schloss reiten, und es wird von nahem Hochzeit sein. »Wie mag das geschehen?« fragte ich. »Es steht in deiner Hand«, sprach das Mädchen. »Die Stunde ist da. Wenn du es vermagst, sie zu küssen, so muss der Zauber von ihr weichen.« Mich dünkte diese Tat leicht zu vollbringen. Entschlossen stieg ich die Stufen zum Sarge empor und blickte auf das schöne schlafende Antlitz. Mir war es, als breite sich in diesem Augenblick ein sanfter, rosiger Schein darüber hin, und aus der Ferne kam ein dumpfes Rollen wie ein leiser Donner. Aber wie geschah mir, als ich mich über sie hinbeugte und den bleichen Mund zu küssen versuchte? Ein kalter, durchdringender Eiseshauch wehte mir entgegen und rieselte durch meine Glieder und ließ mir das Herz in der Brust erstarren. Mich schauderte bis in die tiefste Seele hinein, und voll entsetzend trat ich einen Schritt zurück. »Mut, Mut«, rief das grüne Mädchen, »die Zeit verrinnt.« Aber ein gewaltiges Grauen vor dem eisigen Anhauch des Todes war über mich gekommen. Ich taumelte zurück, die Stufen hinab und rief »Ich vermag es nicht.« Eine kurze Stille folgte, durch nichts unterbrochen als einen leisen, schmerzlichen Seufzter, der, ich wusste nicht woher, den Raum durchwehte. »Wee, weee!« rief dann das Mädchen mit klagender Stimme. »Vorbei! Vorbei!« Dann geschah ein langheilender Donner, und der Sarg und die Lichter versanken in die Tiefe, sodass nur die schwarze Finsternis übrig blieb. Ich fühlte mich am Arme ergriffen und geschoben und hörte die Stimme des kleinen Mädchens, das rief »Fort, ehe es zu spät wird, ehe sich die Höhle verschließt, fort, die Zeit ist um!« Ich tappte fort durch den engen Raum. Allein es war, als wenn sich unter dem krachenden Rollen des Donners die Erde zusammenzöge, denn die Wände rückten näher, und es ward enger und enger, in das von der Decke das Wasser reichlich herabrieselte. Schon fühlte ich die feuchte Erde auf beiden Seiten, und mit furchtbarer Angst ward mir klar, dass ich festsaß und vergeblich fortzukommen versuchte. Der entsetzliche Druck auf meiner Brust ward stärker und benahm mir den Atem, vor meinen Augen flammte es plötzlich wie lauter Feuer, ich fühlte einen dumpfen Schlag gegen meine Stirn und verlor die Besinnung. Als ich wieder zu mir kam, war meine erste Empfindung, dass der Regen auf mich herabströmte und dass ein furchtbares, lang anhaltendes Getöse in den Lüften war. Als dies nachließ, kam mir die dumpfe Vorstellung, es möchte wohl ein Donner gewesen sein, und als ich mich aufrichtete, ward ich gewahr, dass ich zusammengekrümmt mit dem Kopfe gegen die Mauer in der Kapellenecke gelegen hatte. Der Regen strömte unablässig herab, dagegen schien die Macht des Gewitters gebrochen zu sein, und nur ein fernes, grollendes Rumoren war noch vernehmlich. Ganz verwirrt und halb betäubt stand ich auf und taumelte durch den rauschenden Regen auf das Haus zu. Das ganze Erlebnis mit der grünen Eidechse erschien mir wie ein fantastischer Traum, und doch stand mir alles so wirklich vor Augen, dass ich kaum daran zu zweifeln vermochte. Allein eine seltsame Scheu und die Furcht, keinen Glauben zu finden, hielt mich davon ab, zu irgendjemand davon zu sprechen, und ich bewahrte dies alles wie ein Geheimnis in verschwiegener Brust bis auf den heutigen Tag. Die grüne Eidechse aber sah ich niemals wieder. Der Wassermann In Norddeutschland gibt es große, buchtenreiche Seen, die sich zwischen bewaldeten Hügeln weit hin erstrecken und mit grünen Inseln anmutig geziert sind. An einem solchen See, gerade an der Stelle, wo ein Bach einmündete, nachdem er weite, grüne Wiesentäler und rauschende Buchenwälder durchströmt hatte, lag in der Talsenkung ein Dorf mit seinen Feldern und Wiesen recht wie eine Insel in den Wald eingesprengt. In diesem Dorfe wohnten nahe am Wasser ein Fischer und seine Frau mit einem kleinen Sohne, der Konrad hieß. Dessen liebste Spielgefährtin war Gertrud, die kleine Tochter des benachbarten Bauern. Da die Gärten der Eltern aneinander grenzten, so schlüpften die Kinder alle Tage durch eine Heckenlücke hinüber und herüber, und jedes war in den Räumen des Nachbars ebenso zu Hause wie in den eigenen. Sie streiften auch gemeinsam an den Ufern des Sees umher, der stille, flache Buchten hatte, bedeckt mit weißen Wasserrosen oder von Rohrwäldern umsäumt war, in denen das schwarze Wasserhuhn und der Kragentaucher nisteten und die kleinen Rohrsänger unablässig ihren schwatzenen Gesang erhoben. An manchen Stellen war das Ufer sandig und frei und dem Schlage der Wellen ausgesetzt. Dort suchten sie Muscheln und Steine, und diese Schätze sammelten sie alle an einem verborgenen Ort zwischen den dichten Dornbüschen, wo in dem lehmigen Abhang eine kleine Höhlung war. Sie hatten dort große Muscheln wie längliche Schalen, die inwendig wie Perlmutter glänzten, und Steine klar wie Glas oder weiß wie Milch. Manche waren von buntem Geäder anmutig durchzogen, und einer, den sie besonders wert hielten, war durchscheint und glänzend, wenn man ihn gegen das Licht hielt, wie das Morgenrot. Auch bernsteingelbe Donnerkeile bewahrten sie dort, von denen die Großmutter erzählt hatte, die seien mit dem Blitz vom Himmel gekommen. Doch der größte Schatz war ein glattpoliertes Steinbeil, wie es unsere heidnischen Vorfahren, die noch keine Eisenkanten zu benutzen, pflegten. Die Kinder hatten es auf der benachbarten Insel gefunden, zu der Konrads Vater, wenn er zum Fischen ausfuhr, sie manchmal überzusetzen pflegte. Auf dieser Insel, die dicht mit großen Bäumen und niederem Buschwerk und Gestrüpp überwachsen war, sollte zur heidnischen Zeit ein Heiligtum gewesen sein. Und wirklich befand sich auch noch auf ihrem höchsten Punkt unter düsteren, uralten Eichen eine Anzahl mächtiger, mit Moos überwachsener Felsblöcke, die zu einem Kreise angeordnet waren. Einmal waren Konrad und Gertrud durch das Dickicht bis dahin vorgedrungen. Allein es war dort so düster und einsam, und man hörte nichts als das Sausen des Windes in den Zweigen und den rauen, dumpfen Ruf eines Raben, der in den Eichen sein Nest hatte, so dass die Kinder ein Schauer anwandelte und sie eilig wieder an das Seeufer zurückkehrten, wo die freundliche Sonne schien und ihnen die glänzenden Wellen vertraut entgegenrauschten. Wenn der Winter herankam, so bot sich mannigfache andere Unterhaltung dar. Zuweilen trat auf lange Zeit strenge Kälte ein, ohne dass Schnee dazu fiel, und dann geschah es, dass sich der ganze See mit einer spiegelblanken sicheren Eisfläche bedeckte. Dann holte Konrad seine Schlittschuhe hervor und fuhr Gertrud in ihrem Schlitten weit hinaus, bis an die Insel und darüber hinweg. Am Abend saßen sie dann im Fischerhause in der Küche am warmen Herdfeuer, und während draußen auf dem See von der strengen Kälte mit mächtig hallendem Donner von Ufer zu Ufer riesenlange Spalten in das Eis sprangen, erzählte die Großmutter die schönsten Geschichten. Die Großmutter hatte ein Gesicht aus lauter kleinen Falten und Fällchen zusammengesetzt, aber ihre Augen waren noch hell und klar. Und wenn sie erzählte, da blickte sie unverwandt vor sich hin in die Dunkelheit, als sähe sie dort alles leibhaftig vor sich. Sie wusste alle Sagen aus der ganzen Umgegend und so viele Märchen, dass sie, wenn sie wollte, an jedem Winterabend ein Neues erzählen konnte. Eines Abends, als wieder einmal der zugefrorene See heftig rumorte und das Hallen der Rollen und Donnern gar nicht aufhörte, sagte sie, »Unden auf dem Grunde, wo der See am tiefsten ist, hat der Wassermann sein Schloss aus Korallen, Muscheln und Bernstein, so herrlich, dass es gar nicht zu beschreiben ist.« Ringsum liegt sein Garten, in dem sind die Steige mit Perlen bestreut, die Beete mit Perlmuttermuscheln eingefasst und die herrlichsten Blumen mit goldenen und silbernen Blättern und leuchtend wie Edelsteine wachsen darin. »Dein Vater, Konrad, hat einmal in einer Vollmondnacht auf dem Grunde die ganze Herrlichkeit schimmern und glänzen sehen. Allein hat er nachher die Stelle niemals wiederfinden können. In dem Schlosse des Wassermannes sind viele herrliche Zimmer, doch eines davon enthält weiter nichts, als an den Wänden viele Borte, an denen eine Menge von verschlossenen, bauchigen Glasflaschen stehen. Sie sind mit Wasser gefüllt, und zuweilen plätschert es darin, als sei ein Fisch mit eingeschlossen. Allein man sieht nichts darin. Diese Flaschen enthalten die Seelen, dem sehr ertrunkenen Menschen. Er selbst hat keine Seele, aber die Seelen anderer zu besitzen und festzuhalten, gefällt ihm. Hört ihr, wie das Eis draußen donnert und heilt, wenn die Spalten hineinspringen? Das tut der Wassermann. Es behagt ihm nicht, dort unten im See wie in einem gläsernen Gefängnis zu sitzen, und da stemmt er sich mit mächtiger Kraft unter die Eisdecke, dass sie krachend zerspringt. Aber fortbringen kann er sie doch nicht, da muss er auch warten, bis vom Süden der Tauwind kommt. Wenn ihr einmal an einer verborgenen Stelle ein kreisrundes Loch im Eise findet, so groß wie ein Wagenrad, da verhütet euch, das ist des Wassermanns Ausguck. Die Ränder des Eises sind dort rund, wie abgeschliffen, und das Wasser gefriert auch bei der strengsten Kälte nicht. Dort taucht er zuweilen auf und schaut nach dem Wetter, ob nicht bald der Südwind kommt. Auch lauert er gern unter dem Eise und zieht die herab, die dem Loch zu nahe kommen. Darum hütet euch davor. »Kann man die armen Seelen gar nicht retten?« fragte Gertrud plötzlich. »Wer die Blume des Lebens findet und sie auf dem Herzen trägt, dem kann, solange ihr Duft andauert, das Wasser und der Wassermann nichts anhaben, sofern er der Verlockung widersteht, von dessen Speisen und Getränken zu genießen. Er darf ruhig ins Wasser springen und kann dort wie auf dem Lande leben und sich bewegen. Aber die Blume des Lebens ist sehr schwer zu finden. Sie blüht mitten im Winter an einsamen Orten aus dem Schnee hervor und, wird sie nicht gepflückt, so vergeht sie wieder eine Stunde nach dem Aufblühen und löst sich in eitel Duft auf. Auf der Insel, wo das Heidenmal ist, soll sie einmal vor vielen Jahren einer hier aus dem Dorfe gesehen haben, wie sie mitten in dem großen Steinring aus dem Schnee gewachsen war. Allein er hat sich gefürchtet und ist davon gelaufen. Also erzählte die Großmutter. Am anderen Tage hatte die strenge Kälte nachgelassen und es war ein schöner, sonniger Wintertag. Nach dem Mittagessen setzte sich Gertrud in ihren Schlitten und Konrad fuhr sie auf den See hinaus. Sie hatten sich heute eine größere Reise vorgenommen und wollten ganz um die Insel herumfahren. So weit waren sie in früheren Jahren noch nie gekommen. Nach einer Viertelstunde unablässiger Fahrt waren sie in die Nähe der Insel gekommen, und Konrad hielt an, um ein wenig zu verschnaufen. Dann wandte er sich seitlich, um das Eiland im großen Bogen zu umfahren. Das Eis war hier noch glatt und unberührt und sah schwarz und glänzend aus. Wenn Konrad jetzt den Schlitten anhielt, so hörte man nichts als das Flüstern des Windes in dem trockenen Schilfruhr am Ufersaum der Insel und ein Hallen und Tönen in der Eisfläche, das sich von entfernten Orten her fortpflanzte. Vom Dorf sahen sie nichts mehr, weil sich die Insel davor geschoben hatte. Es war ganz einsam auf der sonnenbeglänzten Eisfläche. »Ich fürchte mich«, sagte Gertrud. »Das Eis ist sicher«, antwortete Konrad, »der Vater hat's gesagt.« »Ich fürchte mich vor dem Wassermann«, sagte Gertrud und schauderte zusammen. »Es gibt gar kein Wassermann«, rief Konrad, »das ist ja nur ein Märchen.« Mit einem Male schraken die beiden Kinder zusammen, denn mit lautem Krachen sprang vor ihnen eine Spalte in das Eis und pflanzte sich mit laut nachhallendem Donner über den See hinfort. »Das war er, das war er«, flüsterte Gertrud, »lass uns umkehren.« Aber Konrad beschwichtigte und tröstete sie und erklärte ihr, dass sie sich gerade auf der Mitte des Weges befinden und, wenn sie ihren Weg fortsetzten, ebenso rasch nach Hause kämen. Und so fuhren sie weiter. Sie kamen bald an einen Ort, wo sich eine rings von Ruhr besäumte kleine Bucht in die Insel hineinzog und einen abgeschlossenen, einsamen Winkel bildete. Als Gertrud dort hineinblickte, rief sie in plötzlichem Schrecken, »Siehst du dort, der Ausguck des Wassermannes war schnell vorüber!« Aber Konrad, von Neugier erfüllt, hielt den Schlitten an und sagte, »Wenn man nur nicht herangeht, ist es nicht gefährlich. Sieh mal, es ist ganz so, wie es die Großmutter beschrieben hat.« In einiger Entfernung war ein kreisrundes Loch im Eise, mit glatten Rändern, und das Wasser darin war von dem leichten Luftzuge, der ringsum das welke Schilf flüstern machte, leicht gekräuselt. Als die Kinder nun unverwandt mit jener Bangigkeit, die das unheimliche Einfluss daraufhin starrten, blitzte es in dem Wasser plötzlich auf. Der goldene Rücken eines großen Fisches hob sich hervor und bewegte sich unruhig hin und her. Plötzlich fing das Tier an, mit dem Schwanze zu schlagen und sich emporzuschnellen, und ehe es man sich versah, lag der armlange Fisch zappelnd auf dem Eise und strebte vergeblich wieder ins Wasser zurück. Solches Meerwunder hatten die Kinder noch niemals gesehen. Das Tier war lasurblau und goldengestreift und warf förmlich Funken in der Sonne. Konrad konnte seinen Jagdeifer nicht zähmen. Er rief, »Dön muss ich haben!« Und obgleich Gertrud bat und weinte, lief er auf den zappelnden Fisch zu und packte ihn mit beiden Händen um den glatten Leib. Aber kaum war dies geschehen, da glitt das Tier mit unwiderstehlicher Gewalt den Knaben mit sich reißend in das Loch zurück, und in einem Augenblick waren beide verschwunden. Gertrud schrie und weinte, allein es blieb ihr nichts weiter übrig, als den Schlitten im Stich zu lassen und eilig nach Hause zu laufen, um unter fortwährenden Tränen das schreckliche Ereignis zu verkünden. Einige mutige Männer zogen mit dem Vater des Knaben mit Stangen hinaus und suchten den ganzen Grund in der Umgebung des Loches ab. Allein sie fanden nicht das Geringste. Trauer und Schrecken verbreitete sich in dem Dorf über das unglückliche Ende des kleinen Konrad, aber am traurigsten war doch Gertrud. Sie weinte Tag und Nacht, so lange, bis sie keine Tränen mehr hatte. Dann kam eine Ruhe über sie, und der Entschluss stand plötzlich fest, dass sie ihr Leben daran setzen wollte, den kleinen Konrad aus seiner Gefangenschaft zu retten. Sie nahm eine goldene Kapsel, die ein Andenken an ihre Mutter war, und hing sie so um den Hals, dass sie unter dem Kleider auf dem Herzen ruhte. Dann steckte sie ihre Taschen voll Brot, und an einem Sonntag in der Morgendämmerung machte sie sich auf, die Blume des Lebens zu suchen. Sie dachte, auf der Insel würde und müsste sie zu finden sein. In der Nacht war Schnee gefallen, und der See lag als eine weiße, unberührte Fläche vor ihr, und wie ein grauer Nebelhügel hob sich in der Dämmerung die Insel hervor. Sie befahl ihre Seele Gott und schritt durch den weichen Schnee darauf hin. Als sie dort anlangte, war die Sonne aufgegangen, und Gertrud wandte sich noch einmal, um auf das Dorf zurückzublicken. Es lag mit seinen weißen Dächern im blauen Winterdunst, und aus den Schornsteinen stieg der helle Rauchkerzen gerade in die Luft, sich deutlich abhebend gegen den Wald, der wie eine dunkle Mauer in großem Bogen die Feldmark umgab. Dann kam vom Kirchturm her die Klänge des Morgengläutes und schlang sich wie mit weichen Fäden um ihr Herz, um sie zurückzuziehen, aber sie wendete sich und drang mutig in das schneebedeckte Dickicht ein. Sie hielt immer die Augen auf den Boden gerichtet und achtete es nicht, wenn die Zweige, die sie streifte, ihr den Schnee in Gesicht und Nacken schütteten. Sie zwängte sich durch das Gestrüpp und kroch durch die Lücken, aber immer war es vergeblich. Schon läutete es im Dorfe zum letzten Mal zur Kirche, schon hatte sie fast die ganze Insel durchsucht, aber immer noch nichts gefunden. Sie stieg den Hügel empor, wo die mächtigen Eichen ihre knorrigen Äste in die Luft streckten. Dort hatte die Blume schon einmal geblüht, es konnte ja wieder sein. Hier sah sie im Schnee, der sonst überall ganz unberührt und frisch war, plötzlich eine Menge von kleinen, feinen Fußspuren, die alle auf den großen Steinring zuliefen. Sie folgte ihnen voll Verwunderung und fand, dass sie alle durch eine der Lücken in den Ring hineinführten und auf zwei der mächtigen Steinblöcke zugingen, die, mit den Häuptern gegeneinander geneigt, eine dunkle Höhlung bildeten. Als sie davor stand, sah sie, dass diese Öffnung wirklich der Eingang zu einer Höhle war. Eine warme Frühlingsluft und ein Duft nach grünen Waldkräutern und Pfeilchen wehte daraus hervor, so dass der Schnee am Rande der beiden Felsblöcke zerschmolz und in glänzenden Tropfen zu Boden fiel. Gertrud ging mutig hinein und schritt einen schmalen, finsteren Gang hinab, der gerade so hoch war, dass sie, ohne sich zu bücken, darin gehen konnte. Allmählich ward es heller und der Blumenduft stärker, und endlich trat sie in einen hohlen Raum, der ganz von sanftem Licht erhellt war. Dieser helle Schein ging aber von einem wunderschönen, nackten Kinder aus, mit schimmernd weißen Gliedern, das inmitten der Höhle auf einem Bette von blühenden Pfeilchen lag und schlief. Aus den Wänden und aus der Decke dieses Raumes waren überall in dichter Fülle die mannigfachsten Frühlingsblumen hervorgewachsen, als seine duftende Bekleidung, und alle die tausend dicht gedrängten Blumensterne waren wie ebenso viele Augen auf das schöne schlafende Kind gerichtet. Gertrud war bei diesem wunderbaren Anblick wie in Andacht versunken. Sie faltete die Hände und konnte kein Auge davon abwenden, als plötzlich eine feine Stimme fragte, »Wer bist du, die hier Eintritt zur guten Stunde?« Gertrud sah ein kleines, grüngekleidetes Männchen mit eisgrauem Bart und einer roten Kappe vor sich stehen, das sie mit gutmütigen Augen anblickte. Sie sprach, »Ich suche die Blume des Lebens.« Das Männchen erwiderte, »Nur ein unschuldiges Herz und ein reiner Wille findet den Weg hier herein. Dein Begehren soll erfüllt werden.« Unterdessen waren noch mehr ebenso gekleidete Männchen aus dem Hintergrunde der Höhle gekommen und blickten Gertrud neugierig an. Dieser aber vermochte noch immer nicht die Augen von dem schlafenden Kind abzuwenden, und als der Alte das bemerkte, sprach er, »Du möchtest wissen, wer dieses schlafende Kind ist?« »Es ist das Jahr, Kind, gutes Mädchen, und wir haben es in sicherer Hut, bis seine Zeit da ist.« »Die letzte Rose des Sommers trägt ungleich anderen Rosen ein Samenkorn wie eine Walnuss groß, das wir in unsere Pflege nehmen und sorglich behüten.« Um die Zeit der Sonnenwende springt seine Schale, und ein winziges Kindlein liegt darin. »Das nähren und säugen wir mit Blumenhonig und Morgentau, bis dass es, immer schlafend, ein großer, starker Knabe geworden ist und erwachsen hinaustritt in die winterliche Welt. Aus seinen Spuren wachsen Blumen und Gräser, und unter seinen sonnigen Blicken ergrünen die Bäume, und eine Wolke von singenden Lärchen schwirrt über seinem Haupte. »Es ist der künftige Frühling, der hier schläft.« »Nun erzähle uns auch deine Geschichte.« Gertrud tat dies, und die kleinen Männchen hörten voll Rührung zu. Dann sprach der Alte wieder »Du bist der Blume des Lebens wert, mutiges Mädchen«, zog eine silberne Schere aus dem Gürtel und schnitt von den Haaren des Jahrkindes, die so fein und golden wie Sonnenstrahlen waren, eines ab, und reichte es Gertrud hin. »Nimm dieses Haar«, sagte er, »und lege es draußen auf den Schnee. Dann wird die Blume des Lebens hervorblühen.« Dann reichten alle kleinen Männchen Gertrud die Hände, und sie kehrten durch den engen Gang wieder zurück. Aber er war jetzt nicht mehr dunkel, denn das Haar in ihrer Hand leuchtete ihr in mildem Lichte voran. Als sie draußen angelangt war, kniete sie nieder und legte das Haar auf den Boden. Als sei es glühend, versank es sofort in dem aufzischenden Schnee, der alsbald in weitem Umkreis hinweg schmolz, dass der schwarze Boden frei ward. An der Stelle, wo das Haar versunken war, kam sogleich ein Keim aus der Erde und faltete sich zu einem Blätterstern aus leuchtendem Blaugrün auseinander, aus dessen Herzen ein Blütenschaft emporwuchs, der sich an seinem Ende zu einer Knospe verdickte. Diese schwoll an und rötete sich. Es ward ein Kling in der Luft wie ferner Lärchengesang, und plötzlich öffnete sich ein roter, strahlender Blütenstern, auf dessen Grunde leuchtende Fäden standen, fein und golden wie Sonnenstrahlen. Zugleich verbreitete sich ringsum ein Duft, der so stark und herrlich war, dass Gertrud fast davon betäubt ward. Aber sie verlor nicht ihre Zeit. Mit bebenden Fingern und voller stummer Andacht brach sie die Blume und verbarg sie in der goldenen Kapsel an ihrem Herzen. Dann ging sie eilfertig den Berg hinab zu der kleinen Bucht, wo sie bald das runde Wasserloch, dunkel abgezeichnet in der weißen Schneeflur, erblickte. Sie ging darauf zu, sprach ein kurzes Gebet, und die Hand aufs Herz gedrückt, wo ihr kostbarer Schatz ruhte, sprang sie mutig in die Tiefe. Das Wasser spritzte hoch auf und schlug über ihr zusammen. Eine Weile wogte und wallte es noch, bis es bald wieder glatt und blank dalag, als sei nichts geschehen. Ringsum war alles still und einsam, nur ein kleiner Zaunkönig saß in dem Wipfel einer Eiche im Sonnenschein und sang ein kleines, fröhliches Lied, trotz Schnee und Eis und Winterkälte. Als Gertrud auf dem Grunde des Sees anlangte, empfand sie kaum, dass sie sich im Wasser bewegte. Nur fühlte sie, dass ein Element sie umschloss, schwerer und kühler als die Luft. Sie sah einen weißen, gewundenen Sandweg vor sich, der allmählich in die Tiefe führte, und sie schritt so schnell sie konnte auf ihm dahin. Zur Seite wuchsen auf dem Grunde gefiederte Wasserpflanzen, die ihre feinen Blätter leise bewegten, wenn ein Fisch vorüberschwamm. Sie sah dies alles erst, nachdem sich ihre Augen, die aus der blendenden Helle kamen, daran gewöhnt hatten, denn, weil Schnee auf der Eisdecke lag, herrschte unten eine trübe Dämmerung. Zuweilen kam eine ganze Schar kleiner Fische angeschwommen und schoss schnell an ihr vorüber, oder sie warteten, bis Gertrud vorbei war, und stierten indessen mit dummen Augen auf sie hin. Manchmal erschreckte sie ein riesiger Hecht, der raubgierig zwischen den Wasserpflanzen kauerte und sie tückisch anglotzte. Einmal kam auch ein ungeheurer Wils, um dessen breites Maul die schmalen Bartfäden spielten. Er schwamm eine Weile neben mir her und schien sich gewaltig zu wundern. Dann blieb er träge zurück und legte sich auf den Grund. Mächtige Aale glitten wie Schlangen über den Weg, und Krebse schnellten eilig zurück ins Kraut, wenn sie vorüberkam. Endlich gelangte sie an einen Ort, der so aussah wie eine große grüne Wiese, und hier erblickte sie eine Gestalt, die in einiger Entfernung stand und auf sie hinblickte. Ein freudiger Schreck durchrieselte sie beim Näherkommen, denn sie sah, dass es Konrad war. Er stand dort mit einer Gärte in der Hand und hütete eine große Herde von alten, bemoosten Karpfen, die so fett waren wie Schweine. Sie lief eilig auf ihn zu, ergriff seine Hand und rief, »Konrad, komm mit mir, ich will dich retten, ich habe die Blume des Lebens.« Der Knabe zog seine Hand aus der Ihren, sah sie fremd an und sprach, »Deine Hand ist so warm, ich kenne dich nicht.« Da fiel es ihr erst auf, dass er sich anfühlte, kalt wie Eis. In seinen Augen war ein leerer Glanz, wenn er sie anblickte, und sie sah mit einem Mal, dass er keine Seele mehr hatte. Das Mädchen brach in Tränen aus, und eine von ihnen fiel zufällig auf Konrads Hand. Da kam es plötzlich wie ein warmer Schein in seine Augen. Es war einen Augenblick, als ob er sie erkenne, allein sofort erlosch es wieder, und er blickte so gleichgültig wie zuvor. »Ich darf hier nicht fortgehen«, sagte er dann, »ich muss die Karpfen hüten, wenn ich nicht gut aufpasse, wird der Wassermann mich beißen, er hat so spitze, grüne Zähne.« Traurig schritt Gertrud weiter und gelangte bald an einen Ort, wo der Garten des Wassermanns seinen Anfang nahm. Die seltsamsten Pflanzen wuchsen um sie her, mit feinem, goldenen und silbernem Blätterwerk wie Fischschuppen anzuschauen. Andere trugen wieder große, blaue oder rote, durchscheinende Blätter und wogten und schlängelten sich, als seien sie lebendig. Dazwischen schwammen Fische von unerhört seltsamen Form. Manche waren durchsichtig wie Glas, und andere leuchteten in allen Farben wie Edelsteine. Dann dämmerte auch das Schloss des Wassermanns vor ihr auf, und als sie ans Tor kam, schossen plötzlich zwei riesengroße Hechte, die dort Wache hielten, auf sie zu und zeigten grimmig ihre spitzen Zähne. Aber plötzlich verspürten sie die Wirkung der Blume des Lebens, fuhren eilig wieder zurück und glotzten nun von ferne auf sie hin. Gertrud trat in das Schloss ein und gelangte in einen großen Muschelsaal, in dessen Fußboden allerlei Fische mit kostbaren Steinen künstlich ausgelegt waren. Da saß der Wassermann hinter einem Tisch mit köstlichen Gerichten, ganz allein, und aß und trank blutroten Wein dazu. Er stierte mit tückischen Augen auf sie hin, fletschte seine grünen spitzen Zähne und schrie, »Was willst du hier erden, Worm?« »Du sollst mir Konrad wiedergeben«, sagte Gertrud unerschrocken. Der Wassermann lachte hässlich. »Der muss die Karpfen hüten, den kann ich nicht missen«, sagte er. »Auch, hat er eine so unschuldige kleine Seele, die mir wohl gefällt. »Du hast ja die Blume des Lebens, sieh zu, was du damit machen kannst.« Dann lachte er wieder höhnisch, jedoch bald verzerrte er sein Gesicht zu einem freundlichen Grinsen und sagte, »Doch, du bist nun mein Gast, Kind, komm her und üsch.« Damit schob er die schönsten Speisen zu ihr hin und füllte einen goldenen Becher mit Wein. Gertrud war hungrig, sie hatte den ganzen Tag noch nichts gegessen, und die Gerichte des Wassermannes dufteten sehr verführerisch. Allein sie hatte die Warnung der Großmutter nicht vergessen. Deshalb dankte sie, zog ein Stück Brot aus der Tasche und verzehrte es. Der Wassermann sah sie boshaft lauernd an. »Der kleine Teufel ist gewitzigt«, murmelte er zwischen den Zähnen. Dann dachte er weiter, »ob er auch das Letzte weiß?« »Ich will das Mädchen hinhalten, bis nach drei Tagen der Duft ihrer Blume erloschen ist. Dann soll es meine Krauschen auf die Weide treiben.« Er stellte sich nun sehr freundlich und führte Gertrud überall umher, zeigte er alle seine Schätze und Kostbarkeiten, nur das Zimmer mit den Flaschen nicht. Auch konnte Gertrud, so viel sie auch spähte, keine Spur davon entdecken. So kam die Nacht heran, ohne dass sie Konrad wieder sah, denn der arme kleine Karpfenhüte schlief bei seiner Herde. Am Morgen des nächsten Tages war der Wassermann fort, denn über Nacht war starkes Tauwetter mit Regen eingetreten, und er hatte sich in den Fluss begeben, da dort eine Überschwemmung bevorstand, woran er immer eine große Freude hatte. Den ganzen Tag suchte Gertrud nach dem verborgenen Zimmer, allein sie fand es nicht. Am Abend zog sie die goldene Kapsel mit der Blume hervor und fand, dass ihr Duft schon weit schwächer geworden war. Hätte sie gewusst, dass ihre Kraft mit Sonnenuntergang des nächsten Tages erloschen würde, da wäre ihre Angst groß gewesen. Am Morgen war sie wieder früh heraus und suchte. Alle Türen im Hause hatte sie wohl schon zehnmal geöffnet, und alle Wände mit prüfenden Augen betrachtet, allein sie konnte nicht die geringste Spur des Geheimzimmers entdecken. Da, als sie gerade hinter einem Vorhang hervortreten wollte, sah sie plötzlich den Wassermann den Gang entlang huschen. Er trug eine Flasche in der Hand und sah sich vorsichtig um. Dann trat er an eine glatte Wand und drückte auf einen kleinen goldenen Fisch, der in dieser eingelassen war, worauf sich die Wand leise auftat. Dann schritt er den Gang entlang und ging in den Muschelsaal. Gertrud blieb noch eine Weile mit pochendem Herzen hinter dem Vorhang. Dann schlich sie leise dem Wassermann nach und spähte durch eine Türspalte in den Saal. Dort sah sie, wie er einen mächtigen Becher Wein leerte, sich auf ein Polster legte und einschlief. Als ihr sein gewaltiges Schnarchen vernehmlich ward, ging sie eilig wieder zurück und drückte ebenfalls auf den goldenen Fisch. Die Wand tat sich auf, und Gertrud trat in ein kleines, dämmeriges Zimmer, dessen Fenster stark vergittert waren. Dort standen aber sehr viele Flaschen, und ihr sank mit einem Mal der Mut, denn wie sollte sie die, die Konrads Seele enthielt, herausfinden? Als sie ganz verzagt die Blicke über alle die Flaschen gleiten ließ, fiel ihr ein kleines Schränkchen ins Auge, das sie vorhin übersehen hatte. Es war aber verschlossen. Sie nahm die Kapsel mit der Blume des Lebens hervor und hielt sie ans Schlüsselloch. Da sprang die Tür auf, und es zeigte sich, dass dieser Schrank nur eine einzige gefüllte und eine leere Flasche enthielt. Gertrud holte die erste hervor, und als sie sie aufmerksam betrachtete, plätscherte es deutlich darin, und es war ihr, als ob ihr Konrads blaue Augen aus der spiegelnden Fläche entgegenschauten. Sie steckte die Flasche zu sich und öffnete dann nach der Reihe alle anderen, die dort auch noch standen. Mit leisem singendem Getönen wie Bienensum zogen die befreiten Seelen davon. Dann eilte Gertrud schnell weiter, füllte ihre Taschen im Vorübergehen mit so viel Perlen und Edelgestein, als sie hineinging, und lief davon, um Konrad zu suchen. Aber sie konnte ihn nicht finden. Eine entsetzliche Angst überfiel sie, denn der Mittag war schon vorüber, und noch immer war Konrad nicht zu sehen. Endlich traf sie auf seine Karpfenherde, und als sie ringsum alles absuchte, fand sie ihn, wie in einer kleinen Bodensenkung lag und schlief. Sie teilte die Blume des Lebens, die nur noch sehr wenig Duft besaß, in zwei Teile und steckte den einen, dem schlafenden Konrad, in die Westentasche. Den anderen behielt sie. Dann öffnete sie vorsichtig dicht vor seinem Munde die mitgebrachte Flasche. Sein Gesicht rötete sich plötzlich, warmes Leben rieselte durch seine Glieder, er schlug verwundert die Augen auf und wusste nicht, wo er sich befand. Aber Gertrud ließ ihm keine Zeit, sich zu besinnen, sie ergriff seine Hand und zog ihn mit sich fort. Sie fand den Weg wieder, der sie hergeführt hatte, und nach einer Weile standen sie unter dem Loche des Wassermannes, das sich in hellerem Schein gegen das Eis abzeichnete. Aber wie sollten sie da hinaufkommen, noch dazu mit der Last von Perlen und Edelgesteinen, die Gertrud zur Hälfte dem Knaben übergeben hatte? Schon wollte sie diese Schätze zurücklassen, und Konrad, der schwimmen konnte, wollte Gertrud mit emporheben, als sie plötzlich Schritte auf der Eisfläche vernahm und sich dunkle Schatten dort bewegen sahen. Es war der Fischer und sein Nachbar, der Bauer, die noch einmal versuchen wollten, ob es ihnen nicht glücken würde, die Leichen ihrer versunkenen Kinder unter dem Eise aufzufinden. Plötzlich tauchte dann eine lange Stange mit einem Haken daran auf den Grund und war tastend umherbewegt. Sofort klammerten sich beide Kinder daran fest. Als man oben den Widerstand bemerkte, war die Stange sofort emporgezogen, und wer beschreibt das Erstaunen und die Freude der beiden Väter, als ihre Kinder frisch und gesund aus der Flut hervortauchten? Kaum hatten sich alle eine Strecke von dem Loch entfernt, da entstand ein Brausen und Sausen unter der Eisdecke, und plötzlich tauchte der Wassermann mit halbem Leibe hervor. Er schüttelte drohend seine haarigen Arme, fletschte die Zähne und heulte vor Wut. Allein es half ihm nichts mehr. Die beiden Väter zogen mit ihren Kindern fröhlich nach Hause, und bald herrschte Jubel und Freude im ganzen Dorf über deren wunderbare Errettung. Mit den Reichtümern, die Gertrud dem Schatz des Wassermannes entnommen hatte, kauften die Väter große Güter in einer anderen Gegend, wo die Nachkommen von Konrad und Gertrud noch heute leben und gedeihen. Ein Sommermärchen Als ich noch ein kleiner Knabe war, ging ich gern hinaus in die Waldlichtung, wo die hohen einzelnen Buchen stehen, denn dort wusste ich die Stellen, wo die herrlichsten Erdbeeren im Grase wuchsen. Später kamen dann die Himbeeren, deren Sträucher wie kleine Wäldchen beieinander standen und rot von Früchten schimmerten, und noch weiterhin wurden im feuchten Grunde die Brombeeren reif, so dass die grünen Rankenhügel wie mit blau-schwarzen Perlen übersäht erschienen. Wenn ich jetzt an diesen lustigen Ort zurückdenke, so ist mir immer, als hätten nirgendwo die kleinen Vögel schöner gesungen als dort. Das aber weiß ich gewiss, nirgendwo gab es so prächtige Schmetterlinge, so seltsame Käfer und so viele wilde Rosen, die mit dem apfelähnlichen Duft ihrer Laubblätter die Luft erfüllten. Eines Tages im Sommer lag ich dort auf dem Rücken im Grase und schaute in die hohe grüne Krone einer Buche. Rings um mich war lauter Sommermusik. Die Hummeln brummten emsig um die weiß blühende Taubnessel. Mit feinerem Tone summten unzählige Bienen im duftigen Kraut, und überall wetzten und schwirrten unermüdlich die kleinen Grashüpfer. Die warme Luft und der einförmige Sommergesang machten mich schläfrig, und eben wollten mir die Augen zufallen, als sein Schmetterling über mich hinschwankte, desgleichen ich hier noch nie gesehen hatte. Ein großer, weißer Sommerfalter mit roten Augen auf den Flügeln erglich dem Apollo in der Sammlung meines Onkels. Allein dieser Schmetterling kam ja in unserem Flachlande gar nicht vor. Als ich mich aufrichtete, um ihm nachzusehen, war er verschwunden und zeigte sich nicht wieder. Aber etwas anderes bemerkten meine erstaunten Blicke. Wo waren plötzlich all die anderen Schmetterlinge hergekommen? Ein seltsames Leuchten war über dem Grase, dass es wie grünes Gold schimmerte und die Blumen wie Edelsteine flammten. Darüber lebte und webte die Luft von unzähligen Sommerfaltern, als hätte sie diese Waldlichtung zu einer großen Zusammenkunft auserlesen. Da waren Schillerfalter und Schwalbenschwänze, Segler, Distelfalter und Eisvögel in buntem Gewimmel, des niederen Volkes der Pfauenaugen, Füchse und Weißlinge gar nicht zu gedenken. Ja, die kleinen Feuervögel und Bläulinge schwebten in förmlichen Wolken um den blühenden Thymian. Wenn jetzt der Onkel hier wäre, dachte ich. Ich wollte aufstehen, um ihn zu holen, allein als ich dabei den Stängel einer Glockenblume zufällig berührte, hörte ich ganz deutlich ein silberhelles Klingeln. Es war wie ein Signal, denn sofort antwortete die Nächste, und bald lief ein liebliches Läuten, das mit jedem Windhauch anschwoll oder sich verlor, über das ganze Feld. Mir ward ganz wunderlich zumute. »Du, was hat das zu bedeuten?«, fragte ich einen großen, glänzenden Käfer, der behaglich auf einem grünen Blatte saß und sich sonnte. Dieser antwortete nicht, sondern hob und senkte plötzlich seine Flügel und fing an, heftig zu zählen. »Dumm, dumm, dumm, Dummkopf«, brummte er und flog dann davon. Über mir in der großen Buche raschelte es, drei Eichhörnchen spielten dort, als sie bemerkten, dass ich aufblickte, schauten sie nebeneinander von einem Aster auf mich hernieder, und mir war, als kicherten sie fein und höhnisch. Auf einmal ging ein sanftes Wehen und ein Duft von wilden Rosen über das Feld, und fern aus dem Walde schallte es wie die verhallenen Töne einer großen Kirchenglocke. Rosenrote Nebel zogen an meinen Augen vorüber. Ich sah, wie durch einen verschwommenen Dämmer, das unendliche Schmetterlingsgeflatter um mich her und die blütenbestreute Grasflur, die im Windhauch Wellen schlug, wie ein grünes Meer mit bunten Schaumkämmen. Die Sinne schwindelten mir, ich schloss die Augen, sank in das Gras zurück und lag ganz still da. Plötzlich fühlte ich, dass ein leichter Schatten über mein Gesicht fiel, und eine glockenhelle Stimme sprach, »Ei, ei, wie wunderlich ist das! Und schläft hier bei der Sonnenglühen, wenn rings die wilden Rosen blühen!« Ich schlug die Augen auf und schaute in ein rosiges Mädchenantlitz, das sich über mich gebeugt hatte, so, dass das goldglänzende Haar, das zu beiden Seiten herabfiel, fast mein Gesicht berührte. Das Mädchen richtete sich auf, warf die Haare in den Nacken und lachte. »Oh, was für ein dummes Gesicht kannst du machen!« sagte sie. Ich stand ganz verwirrt auf und starrte das zierliche Persönchen unverwandt an. »Komm, tanz mit mir!« sagte sie und ergriff meine Hand. Ich stolperte recht unbeholfen neben mir her, denn nun sah ich es wohl, sie hatte Schmetterlingsflügel an den Schultern, und ihre rosigen Füßchen berührten kaum die Spitzen der Gräser, so leicht schwebte sie dahin. Sie ließ mich los und lachte wieder. »Oh, Menschenkind, was hast du nur für Trampelfüße!« rief sie. Dann schwebte sie auf einen mosigen Stein in der Nähe, klatschte dreimal in die Hände und rief, »Frau Eidex, Frau Eidex!« Zwischen den Steinen kam eine große grüne Eidexe hervorgelaufen, hob den Kopf auf possierliche Weise und sah das Kind mit den klugen, goldenen Augen an. »Wir müssen schnell ein paar schöne neue Flügel haben!« rief das Mädchen. »Lauf schnell, du alte Eidexe!« Diese verschwand eilfertig und kam bald mit großen, bunten Schmetterlingsflügeln zurück, die mir angeheftet wurden. Nun kam ich mir so leicht vor wie ein Flöckchen Wolle, und die Spitzen des Grases bewegten sich kaum unter meinen Füßen, als ich jetzt wieder Hand in Hand mit dem kleinen Mädchen weiterschwebte. »Kennst du mich?« fragte sie. Ich schüttelte den Kopf. »Ich heiße Wieglinde,« sagte sie, »ich bin die Schmetterlingskönigin. Siehst du mein Diaden?« Ich hatte es schon bemerkt, in ihrem goldsonnigen Haar saß ein Kranz von Schillerfaltern, die fortwährend die Flügel auf- und zuklappten, so, dass sie in der Sonne wie lauter Edelsteine schimmerten. Dann streckte sie den Zeigefinger aus, und aus dem Schwarm der Schmetterlinge setzte sich ein Segelfalter auf ihre Hand. Sie flüsterte ihm etwas zu, dann erhob er sich in die Luft und schoss in reißendem Taumelflug davon. »Du sollst meinen königlichen Palast sehen,« sagte sie dann, »er ist nicht weit von hier.« Sie schlang den Arm um mein Leib, und nun erhoben wir uns in die Luft und schwebten hoch empor, immer umflattert von den zahllosen Schwärmen der Schmetterlinge. Über die besommten Wipfel des Buchenwaldes, der zu unseren Füßen rauschte und wogte, wie ein glänzendes, grünes Meer ging es dahin. Ringsum lag die Welt in goldenem Schimmer und bläulichem Duft, und bald tauchte vor uns ein mächtiger See auf, an dessen grünen Ufern wir uns niederließen. Eine kleine Lanzung erstreckte sich in den See hinaus, von Blumen bedeckt und überrangt von Geißblatt, das ganz mit mächtigen Trauben seiner Röhrenblüten besät war. Wir setzten uns dorthin in das weiche Laubwerk, und nun geschah ein wunderliches Ding, denn, als wie Glinde in die Hände klatschte, löste sich die Spitze der kleinen Halbinsel sanft vom Lande ab und schwamm mit uns in den See hinaus. »Hm, siehst du, wie meine Pferdchen ziehen?«, fragte mich wie Glinde, und nun bemerkte ich erst, dass sich Hunderte von Schmetterlingen mit Spinnenfäden vor das Inselchen gespannt hatten und es davonzogen. Als wir nun so zurückgelehnt in den weichen Blumenkissen saßen, die Füße in den weichen Teppich von blühenden Thymian gestellt, der den Boden dicht bedeckte, geriet ich in Verwunderung über diese riesigen Blüten des Geißblattes, die gleich Büscheln von goldenen Champagnergläsern beieinander standen. Wie Glinde bemerkte das. »Willst du Schmetterlingswein trinken?«, rief sie. Damit pflückte sie eine von den Röhrenblüten und reichte sie mir dar. Sie selbst setzte eine andere wie einen Becher an den Mund und trank sie leer. Welch ein süßes Feuer rieselte mir durch die Adern, als ich das Gleiche tat. Mir war, als tränke ich flüssigen Sonnenschein. Es verbreitete sich eine Klarheit um mich, als wenn die Welt in goldenem Lichte stände und meine Ohren wurden scharf, dass ich allerlei Dinge vernahm, die mir vorher verborgen geblieben waren. Ich hörte den leisen Gesang der kleinen Wellen, die plätschern zu beiden Seiten des Inselchens auseinanderwichen. Ich vernahm aus dem Gewimmel der Schmetterlinge ein zartes, wisperndes Klingen, und mir war selbst das sanfte Wehen des Windes wie eine liebliche Musik im Ohre. Geschwinde, Geschwinde, wiege Welle sanft dahin, wie Glinde, wie Glinde, unsere holdene Königin. Über blanke Silberwogen, Silberwogen kommt der Sommerwind geflogen, mit den Lüften, süß von Düften, für die holde Königin. Geschwinde, Geschwinde, wiege Welle sanft dahin, wie Glinde, wie Glinde, unsere holdene Königin. So sang es und klang es, und ich saß und lauschte, und um uns her wirrte und schwirrte es von Schmetterlingen, deren immer mehr wurden, je weiter wir fuhren, so dass es zuletzt fast anzusehen waren, als fühlen wir in einer Wolke von buntem Rauch dahin. Deshalb hatte ich auch so wenig auf unsere Fahrt geachtet, dass ich schier verwundert war, als das Blumenschiff auf einmal sanft in eine kleine Bucht hineinglitt und eine wunderbare Insel vor mir lag, die ganz mit farbig blühenden Sträuchern und Bäumen bedeckt war. Aber noch größere Farbenpracht trugen die Hunderte von kleinen Personen zur Schau, die auf dem weißen Sande des Ufers auf uns zu warten schienen. Man hätte sie für Schmetterlinge in Menschengestalt oder für wandelnde Blumen halten mögen, so herrlich waren sie gekleidet. Als sie das Schifflein erblickten, erhoben sie mit ihren feinen Stimmen ein herzhaftes Jubelgeschrei und sprangen an dem Ufer umher und gebärdeten sich schier wie toll vor Freude. Viele von ihnen waren mit bunten Schmetterlingsflügeln versehen, und diese erhoben sich in die Lüfte und flogen uns entgegen. »Das sind meine lustigen, getreuen Untertanen«, sagte Weglinde, »und dies ist mein Königreich.« Als wir das Ufer erreicht hatten, fasste Weglinde meine Hand. Die ganze Schar setzte sich alsbald in Bewegung und zog mit uns durch einen hochstämmigen Buchenwald, dessen weicher Laubboden mit tausenden von blühenden Anemonen und Maiglöckchen bedeckt war. Die Blumen schienen an diesem seligen Orte keine Zeit zu können und alle gleichzeitig zu blühen. Hat man wohl jemals einen lustigen Zug gesehen? Die einen schweiften, sich haschend und jagend, den Boden kaum mit den Fußspitzen berührend dahin, die anderen hoben sich bis zu den Wipfeln empor und schwangen sich um die Buchenstämme, tauchten hier in den dunklen Schatten des Waldes ein und leuchteten dort von einem Sonnenstreifen getroffen mit feurigen Farben wieder hervor. So gelangten wir bald an einen freien Platz, der mit unendlich vielen Blumen bedeckt war. In seiner Mitte erhob sich ein prächtiges Schloss mit Bogen, Kuppeln und Türmen, aber alles war aus Rosen und abertausend Rosen zusammengewachsen. Zum Walde durch die Luft liefen von allen Seiten, von den Türmen und Altaren aus, farbige Blumenketten, die sich im leisen Wind schwankend wiegten. Als wir in das Schloss eingezogen waren, gelangten wir in einen riesigen Kuppelsaal, dessen Decke mit einem leichten Geranker aus blühenden Rosenzweigen überwölbt war, durch das das Blau des Himmels freundlich hereinschien und die Sonne reichliche Lichter sendete. Der größte Teil des Saales war durch einen kristallklaren Teich eingenommen, den riesige Blüten und Blätter weißleuchtender Wasserrosen dicht bedeckten, und in der Wand gegenüber dem Haupteingange wölbte sich in der Höhe eine Laube, in der ein Thronsessel stand. Statt einer Treppe führten strahlenförmig eine Menge Blumenketten empor, alles aus Rosen und immer wieder aus Rosen. Als wir näher kamen, sah ich auch, dass Sitz und Lehne des Thrones aus Rosensträuchern zusammengewachsen waren, deren Purpurblüten so dicht beieinander standen, dass dadurch die weichsten Kissen der Welt gebildet wurden. Auf diesem köstlichen Sessel musste ich neben Wieglinde Platz nehmen. Die andere lustige Gesellschaft hatte sich auf dem Feilchenteppich, der den Rand des Teiches umgab, gelagert, und nun schwotzten sie miteinander, in munterer Erwartung der Dinge, die da kommen sollten. Zuerst klatschte Wieglinde dreimal in die Hände. Auf dieses Zeichen setzten sich zwei sonderbare Herolde, die zu beiden Seiten des Thrones standen, lange, goldene Trompetenblumen an den Mund und bliesen einen langen, summenden Ton in die Luft hinaus, und seltsam klang es, als sie aufhörten, dass von Ferne gleich einem Echo derselbe Ton zurückkam. Darauf blieb anfangs alles still. Nur ein leises Klingen und Wispern ging draußen über die mit Blumen bedeckte Wiese. Zuvörderst kamen dann einige seltsame Männlein zu dem Haupttor hereinspaziert. Wahrhaftig hätte es sich nicht als bald herausgestellt, dass es Musikanten waren, man hätte sie für große Käfer und Heuschrecken halten mögen. Sie setzten sich unter ein riesiges Farnkraut am Rande des Teiches und begannen, in den sonderbarsten Manieren ihre Instrumente zu stimmen. Sie strichen ihre dünnen Arme und Beine zusammen und brachten verwunderliche Töne damit hervor. Ein ganz dickes Persönchen trommelte sich auf den Bauch in dumpfen Paukenschlägen, und andere verstanden auf Blumenblättern und Grashalm gar sonderlich zu blasen. Unterdes ich diese spaßhafte Gesellschaft beobachtet hatte, war mir ganz entgangen, was sich außerhalb des Schlosses ereignete. Und mit Verwunderung bemerkte ich nun, als ich die Augen wieder aufschlug und durch die großen Fenster blickte, dass sämtliche Blumenketten, die vom Walde auf das Schloss zuführten, mit Reihen von bunten und zierlichen Personen bedeckt waren, die eilfertig näher kamen und sich gar artig gegen den dunkelblauen Sommerhimmel abhoben. Und kaum hatte ich dies bemerkt, so strömten sie auch schon herein durch Tür und Tor und Fenster, ja, selbst durch die Lücken des leichten Rosengewölbes sanken sie hernieder und füllten den Raum wie durch einen Zauber. Nun klatschte Weglinde zum zweiten Mal in die Hände, die Trompeter bliesen, und in großer Geschwindigkeit hatte sich das ganze flüchtige Volk um den Rand des Teiches versammelt. Nochmals klatschte Weglinde, und wiederum bliesen die Herolde, und auf dies letzte Zeichen begannen die Musikanten, eine so lustige Musik zu machen, dass es mir selbst durch alle Glieder fuhr und meine Füße unwillkürlich den Takt dazu schlugen. Kaum erschallten die ersten Töne, als auch schon der ganze blätterbedeckte Wasserspiegel des Teiches in buntem Gewimmel mit tanzenden Personen erfüllt war, die in allerlei künstlichen Verschlingungen und Windungen einen anmutigen Reigen aufführten, und dazu in abwechselnden Chören gar lieblich sang. Der Reigen ward wilder und rauschender, und plötzlich löste sich eines der Paare ab, tanzte zu uns, den luftigen Pfad hinauf, drehte sich an dem Thronsessel vorüber und wirbelte an der anderen Seite hinab, wo es wieder in der Menge verschwand. So kamen mehr und immer mehr Paare, das Rauschen der leichten Gewänder umflatterte uns, und seltsam war es, dass jedes Mal ein anderer Blumenduft von ihnen ausging. Plötzlich weht es mich an wie ein Hauch von wilden Rosen, und in dem Arm eines stolzen Kavaliers, dessen Gewandung ganz mit leuchtenden Pfauenaugen bedeckt war, kam ein hellrosenfarbgekleidetes Mädchen daher. Die goldenen Locken umflatterten das erhitzte Gesichtchen, und die brennenden Augen hielt sie bei jeder Wendung auf mich gerichtet. »Ich bin die Flatterhose, morgen bin ich verblüht«, rief sie mir lachend zu, und tanzte vorüber. Von der Haube, die ihren Kopf wie einen Blumenkelch umgab, löste sich ein rosenfarbiges Blatt und senkte sich flatternd auf das Gewässer des Teiches. Wie glinde erfasste jetzt meine Hand. Wir verließen die tanzende und lachende Menge und wandelten über einen der luftigen Fußsteige dem Walde zu. Wir schwebten über die glänzenden Wipfel hin, die von dem Scheine der untergehenden Sonne golden überstrahlt waren, und ließen uns am Ufer des Sees nieder. Ich sah dort das Blumenschiff halten, das auf uns zu warten schien. »Deine Zeit ist um«, sagte Wieglinde, »ich will dir das Geleit geben. Vergiss nicht, was du erlebt hast, nur wenigen ist es vergönnt.« »Nimmer kann ich das vergessen«, sagte ich. »Ach, könnte ich doch immer mit euch ein so herrliches Leben führen.« Sie schüttelte den Kopf. »Du hast nur die helle Seite unseres Lebens gesehen und kennst die Schatten nicht. Kurz nur ist der Sommer, und die schönen Tage sind selten. Wenn die Stürme brausen und der Regen rauscht, sitzen wir frierend und traurig in unseren Verstecken, und die Tage sind bitter. Denn unser Leben ist der Sonnenschein, unser Element die warme Sommerluft, und die Blumen sind unsere Gespielen. Wir sind die Kinder des Tages, aber es gibt noch andere unseres Geschlechts, finstere Wüstegesellen. Sie fliehen das Licht, die Dämmerung und die Nacht nur locken sie hervor aus ihren heimlichen Schlupfwinkeln. Haben sie dann die Finsternis durchtobt in wilden Schwärmen, so flattern sie taumelnd und matt am Morgen wieder in ihre Verstecke. Der Ärgste dieser Wüstengesellen, der König dieses unheimlichen Volkes, verfolgt mich und hat schon tausendmal versucht, mich in sein finsteres Reich zu ziehen und mich bestürmt mit schmeichlerischen und glatten Reden. Ja, kürzlich hat er sogar gedroht. »Heuch«, rief sie plötzlich, »hörst du nichts?« Durch die Stille nahm man ganz gedämpft von Ferne vom Blumenschloss her zuweilen einen dumpfen Paukenschlag, ein abgerissenes Gelächter und dann ein stärkeres Aufschwirren der Musik. Sonst nichts. Und doch, was war das für ein Summen, ein unheimlich tiefer, schnurrender Ton, der allmählich näher kam und sich verstärkte. »Das, das ist er, der Fürchterliche«, rief wie Glinde in heller Angst, »schütze mich, Heinrich!« Und plötzlich, ehe ich mich dessen versah, schwang sich der Unhold hinter den Büschen hervor. Schwarz, blau und gelb war seine Kleidung, und auf seiner Stirn trug er als Abzeichen einen hässlichen Totenkopf. Mit funkelnden Augen blickte er mich höhnisch an und stürzte ohne weiteres auf wie Glinde, sie mit seinen mageren, haarigen Armen umschlingend. »Heißer, mein Schätzchen«, keuchte er dabei, »jetzt bist du mein, jetzt lasse ich dich nicht wieder.« Wie Glinde rief, »Heinrich, Heinrich, rette mich!« Ich stürzte mich, bebend vor Zorn, auf das Scheusal. Schon hatte ich die Hand an seiner wolligen Kehle und wirkte es, schon fühlte ich, wie es seine Klauen zur Abwehr schmerzhaft in meine Arme schlug, als plötzlich ein langer, blitzender Gegenstand, ich wusste nicht woher, den Räuber von hinten durchbohrte, so dass er ächzend mit grimmig verzerrtem Gesicht zusammenbrach. Ein blauer Nebel senkte sich vor meine Augen, alles verschwamm und verlief ineinander. Ich sah nur noch wie Glinde, wie in einem weißen Lichtschein davon schweben. Dann war alles dunkel. Als ich die Augen öffnete, lag ich im Grase unter der hohen Buche. Die Abenddämmerung war schon hereingebrochen, und vor mir stand mein Onkel, der Naturforscher, einen mächtigen Totenkopfschwärmer an seine Nadel spießend. Er sah ernst auf mich herab, schüttelte den Kopf und sagte, »Schlaf, Mütze!« Dann wandte er sich von mir und ging mit langen Schritten durch das hohe Gras dem Dorfe zu. Ich richtete mich auf, noch ganz betäubt, und blickte vor Wirt umher. Über mir sang ein einsames Rotkehlchen müde sein Abendlied. Ein prachtvoller weißer Schmetterling schwebte in einiger Entfernung über das Feld und verlor sich im dämmernden Walde. Das Zauberklavier Ganz hinten in der Welt, wo die Geografie zu Ende ist und die Weltgeschichte aufhört, lag ein sehr angenehmes Königreich. Die Untertan waren rechtartige und regierliche Leute, so dass der König morgens immer eine Stunde länger schlafen konnte als seine Nachbarkönige. Ja, zuweilen kam es vor, dass er des Vormittags von zehn bis zwölf, wo er gewöhnlich zu regieren pflegte, mit Krone, Zepter und Reichsapfel in seinem Regierungssaal saß und gar nichts zu regieren da war. In seinem Königreich waren die meisten Leute Gelehrte und Büchermenschen. Dies kam daher, weil es so hübsch abgelegen war und der große Spektakel, den die übrigen Menschen in der Welt machten, dort fast gar nicht vernommen ward. Es gab jedoch noch einige andere Leute in dem Königreich. Erstens waren da die Frauen, Kinder und sonstigen Angehörigen der Büchermenschen, und zweitens Leute, die nichts Besonderes an sich hatten, wie man sie in allen Königreichen findet. Diese langweilten sich sehr oft, denn die Büchermenschen hatten niemals Zeit, sich mit ihnen zu unterhalten. Da begab es sich, dass aus einem sehr entfernten Königreich ein Mann einzog, der ein Klavier mitbrachte. Er verstand nun zwar nicht besonders, darauf zu spielen, allein vermochte er ihm doch, einige Melodien abzukneifen, die in dem Königreich sehr beliebt waren. Dies ward bald bekannt, und in drei Tagen wusste man allgemein, dass der fremde Mann, der so weit hergekommen sei, einen Zwitscherkasten im Hause habe, auf dem er mit den Fingern Musik mache. Nun dauerte es nicht lange, da hatte jeder im Königreich, die Büchermenschen natürlich ausgenommen, die sich niemals um dergleichen bekümmerten, abends vor dem Fenster des fremden Mannes gestanden und hatte diese Zaubertöne selber gehört. Die Folge davon war, dass eine allgemeine Sehnsucht im ganzen Land entstand, auch eine solche Musikkiste zu besitzen, und sich ein allgemeines Kribbeln in den Fingern regte. Nachdem man erfahren hatte, wo diese Instrumente zu haben seien, ward gleich eine ganze Schiffsladung vollbestellt, und man übte sich einstweilen auf Fensterbrettern und Kommoden, um sich, wenigstens vorläufig, das Kribbeln in den Fingern ein wenig zu vertreten. Die Klaviere kamen an und wurden bei vielen Leuten aufgestellt. Diese begannen nun darauf zu spielen, allein sie bemerkten, dass diese Instrumente auf eine besondere Weise bearbeitet sein wollten, um solche Töne herzugeben, wie man sie von ihnen erwartete. Der fremde Mann wurde um Rat gefragt, und er sagte, er kenne bei sich zu Hause einen sehr berühmten Klavierschläger, der besitze die Kunst, auch anderen Leuten diese Fertigkeit beizubringen. Den müssten sie sich verschreiben. Dieses taten sie auch, und der Mann kam und begann seine Arbeit. Sie verwunderten sich Bass, als sie den zuerst spielen hörten. Der schlug das Klavierschimbalum vorwärts und rückwärts und mit verbundenen Augen und zappelte dabei so mit den Händen, dass seinem Hören und Sehen verging. Er bekam gleich so viel Unterricht zu geben, dass er es nicht allein bewältigen konnte und sich noch drei handfestige Hilfen verschreiben musste. So geschah es, dass in diesem Königreiche das Klavierspiel in Mode kam. Anfangs machte es noch nicht so viel aus, dass in vielen Häusern gar kein Klavier und in anderen nur eine derartige Fingertretmaschine vorhanden war. Aber dies blieb nicht so. Da die Leute sahen, wie lieblich darauf zu spielen sei, so griff es immer weiter um sich, und die Alten sagten, »Wenn wir es auch nicht mehr lernen können, so sollen es doch unsere Kinder lernen.« Und kaum hatten nun diese Würmer laufen gelernt, so wurden sie auf den Musikstuhl geschraubt und mussten Tonleitern spielen. Denn der große Klavierschläger hatte gesagt, dies seien die einzigen Leitern, die in den Musikhimmel führten. Dies ging sofort, bis es zu einem Grade gelangte, wo es staatsgefährlich wurde. Es wurden allmählich immer mehr leise laut Fingerklopfkasten, wie sie in der Landessprache genannt wurden, im Lande aufgestellt, und es ereignete sich, dass zur Zeit der Höhe der Epidemie in einem einzigen Hause sieben Stück vorhanden waren. Wenn diese nun alle gleichzeitig in verschiedener Weise in Tätigkeit gesetzt wurden, so konnte man schon genug davon bekommen. Es war nun den ganzen Tag über in dem Königreich ein immerwährendes Geklimper, den man nur entrinnen konnte, wenn man in die tiefste Einsamkeit flüchtete. Und so kamen betrübende Folgen zum Vorschein. Eines Tages versammelten sich sämtliche Lärchen, Nachtigallen und andere Singvögel, die in dem Reiche wohnhaft waren, in einem großen Walde, und zogen gemeinschaftlich fort, denn die Konkurrenz war ihnen zu groß geworden. Es kamen so viele Klagen an den König, dass er das ganze Vergnügen an seinem Geschäfte verlor. Wenn er früher oft von zehn bis zwölf nichts zu regieren hatte, so musste er jetzt schon um neun Uhr in seinen Regierungssaal gehen und hatte so lange zu tun, alle Beschwerden der durch das Klavierspiel geplankten Untertanen anzuhören, dass er nicht selten seine Mittagssuppe kalt werden lassen musste. Da endlich kam eine Deputation der bedeutendsten Männer des Königreiches und stellte ihm das Elend des Landes in der beweglichsten Weise vor. »Majestät«, sagte der Erste, »es schreit gen Himmel, und es muss ein Ende gemacht werden. Zu meinem Turm dringt es herauf, verworren wie eine Milchstraße von Tönen, und wird meine Gedanken durcheinander. Ich habe seit sechs Monaten keinen neuen Stern entdecken können, und wenn der, dessen Bahn ich neulich berechnet habe, wirklich so läuft, so würde er in acht Tagen das ganze Weltsystem in Grund und Boden bohren. »Haben Sie erbarmen!« »Majestät«, sagte der Zweite, »seit dreißig Jahren suche ich den Stein der Weisen. Vor einem halben Jahre war ich ihm auf die Spur gekommen, und ich hätte ihn gefunden. Da kam diese satanische Trommelsmusik, und der Nebelschleier, der sich schon vor dem großen Geheimnis gelüftet hatte, schloss sich wieder zusammen, und der leitende Faden glitt mir aus den Händen und zerriss. Das Geheimnis ist mir auf ewig verloren, oh, jahmergeschlagener Mann!« Der Dritte war eben von seinen schweinsledernen Büchern aufgestanden, und hatte die Augen noch voll Bücherstaub und die Ohren voll Klaviermusik. Er war ganz schwindelig, dass er nicht in seinem Studierzimmer war und konnte nichts weiter als seufzen. »Och«, sagte er nur, aber es lag ein großer Jammer darin. Der Vierte sah sehr niedergeschlagen aus. »O Majestät«, sprach er, »ich bin ein ruinierter Mann. Sämtliche Käsekräme und Lichtzieher im ganzen Königreich haben ihre Kundschaft aufgesagt, weil ihre Kunden das Einwickelpapier, für das ich sonst die Erzählungen und Gedichte geschrieben habe, nicht mehr lesen wollen. Sie sagen, es sei zu langweilig und dumm. Aber wer kann bei dieser Musikplage etwas Vernünftiges schreiben? Wenn es nicht aufhört, muss ich verhungern.« Jetzt kam der Fünfte daher. Der sah ganz perplex aus und stierte gedankenlos vor sich hin. Als er gar nichts weiter sagte, fragte der König endlich, »Spricht, was habt ihr mir vorzutragen?« Der Angeredete lächelte blödsinnig und stierte den funkelnden Edelstein an, den der König auf seinem Zepter als Knopf trug. »Diedeldu, dideldi, dideldu, dideldu, dideldu«, sagte er. »Ach, Majestät«, sagte nun einer von den anderen gewöhnlichen Leuten, »seht, dies ist der größte Denker im ganzen Königreich. Früher konnte er in einem Tage mehr denken, als man in zehn Jahren begreifen kann, aber nun haben sie in seinem Hause sieben solcher Leiselauten aufgestellt, auf denen fortwährend Etüden gespielt werden. »Und es gibt welche, die des Nachts nicht schlafen können und so lange das Winselbrett bearbeiten, bis die anderen am Morgen wieder anfangen.« Da haben sie ihm denn seine ganze Denkkraft aus dem Kopf herausgetrommelt, dass er nichts weiter denken kann als »Diedeldu, dideldu, dideldu, dideldei«. »Dies aber ist himmelsschreiend!« »Hach«, sagte der König und stand auf, denn er war sehr zornig. Die Denker waren nämlich der größte Stolz des Landes, weil sie in keinem anderen Weltteil zu solcher Vollkommenheit gediehen, und man konnte es dem König nicht übel nehmen, wenn er über die Beschädigung seiner besten Landesprodukte ergrimmte. »Hoh«, sagte der König noch einmal, »ist es so weit gekommen, das soll anders werden, bei meinem Bart, ich will ein furchtbares Exempel statuieren.« Am folgenden Tage zog der Landesausrufer mit einem Trommler und einem Trompeter durch das ganze Königreich und verkündete, dass jedes Klavierspiel bei Todesstrafe verboten sei. Die feinhörigsten Polizeisoldaten im Lande wurden mit Hörohren ausgerüstet und mussten Tag und Nacht im Lande umherhorchen, ob auch nicht gegen das Gesetz gesündigt wurde. Aber dazu waren die Untertanen viel zu wohl erzogen. Die Betroffenen seufzten zwar ein wenig, doch dann sagten sie, es muss sein, und suchten ihre Klaviere so gut als möglich anderweit zu verwenden. Die einen nahmen das ganze musikalische Eingeweide heraus, legten Betten hinein und schliefen darin. Ein anderer füttete es mit Blech aus und hielt Fische in dem Kasten. Viele Hausfrauen legten die Wäsche hinein, andere kochten Kaffee damit. Einer, der in der Stadt wohnte und doch das Bedürfnis eines Gartens hatte, füllte das Innere mit Erde und zog Blumenkohl und Schoten darin. Und so war das Klavierspiel in kurzer Zeit aus dem Lande vertilgt. Die guten Folgen zeigten sich sehr bald. Die Lärchen und Nachtigallen wanderten allmählich wieder ein. Die Astronomen entdeckten fünf neue Planeten und einen Kometen, und auch alle die anderen Gelehrten kamen wieder in ihr altes Geleise. Selbst dem schwer geschädigten Denker überwuchs allmählich der Fußsteig, den das Didel-Du-Digel-Dein sein Gehirn getreten hatte, mit Gras, und er dachte fast ebenso gut wie zuvor. Der König aber saß manchen Tag morgens von zehn bis zwölf schmunzelnd in seinem Regiersaal, rauchte seine lange Pfeife und spielte mit seinem Zepter, bis die Zeit um war. Denn die Regierungsgeschäfte waren wieder, wie er es gerne hatte, sie waren gar nicht vorhanden. Um die Zeit, da das Verbot gegen das Klavierspiel erlassen wurde, war dem König eine wunderschöne kleine Tochter geboren worden. Als diese zwei Monate alt und nach dem Urteil aller Leute bereits so verständlich war wie gewöhnliche kleine Kinder von zwei Jahren, da bemerkte die Königin oft, dass das kleine Kind mit den Fingerlein auf dem seidenen Wiegenkissen allerlei Bewegungen machte, die gerade so aussahen wie die Fingerübungen eines Klavierspielenden. Sie geriet darüber in großen Schrecken und sagte es dem König, der sofort den Befehl an seine Hofleute ausgehen ließ, dass niemand jemals zu der Prinzessin von einem Klavier reden dürfe. Dies wurde auch genau und gewissenhaft befolgt, und die Prinzessin wuchs auf in Holzseligkeit und Schönheit, ohne dass jemals die geringste Kunde von einem solchen Musikinstrument zu ihr drang. Eines Tages, da sie achtzehn Jahre alt war, ließ sie sich ihr weißes Einhorn satteln und begab sich, wie sie es gerne tat, in den großen Wald. Sie ritt in den Wald hinein und geriet bald auf einen Weg, den sie sonst noch nicht bemerkt hatte. Es war ganz still und einsam ringsumher. Nur über die Wipfel der Bäume hin ging ein leises Klingen wie ferne Musik, bald anschwellend, bald ersterbend, schwebte es dahin. Der Wald war ganz dicht und verworren, und seltsame Schlingpflanzen waren an den Bäumen hinaufgeklettert und hingen mit leuchtenden Blüten hernieder. Zuweilen flogen prächtige glänzende Vögel über den Weg oder saßen auf den Ranken der Schlingpflanzen, wendeten den Kopf und sahen sie mit klugen Augen an. Die Musik tönte immer schwellender und voller und schien die Wipfel der Bäume leise zu bewegen, wie sie durch diese dahin strömte. Dann mündete der Weg auf einen freien Platz, der, eingeschlossen von hohen Bäumen, wie ein grüner Saal da lag und ganz erfüllt war von den herrlichen Klängen. Die Prinzessin ritt über die Grasfläche dahin, denn gegenüber am Rande des Waldes sah sie ein kleines Häuschen liegen, aus dem die Musik wie ein Strom hervorbrach. Das Häuschen war ganz mit rotblühenden Schlingpflanzen bewachsen, nur die Tür und die Fenster, die geöffnet waren, schauten dunkel hervor. Die Prinzessin ließ ihr weißes Einhorn vor der Tür stehen und trat hinein. Sie kam in ein kleines Zimmer, in dem nichts weiter stand als ein Klavier, und davor saß eine schöne Frau und spielte so wunderherrlich, dass der kleinen Prinzessin gleich die Tränen in die Augen kamen. Sie setzte sich ganz still auf einen Stuhl und hörte zu. Und als die Akkorde immer schwellender klangen und vorüberrollten und die Melodie mit leiser Sehnsucht dahin ging, da wuchsen und dehnten sich die Wände des kleinen Zimmers, »Es stieg auf wie ein Tempel, von schlanken Palmsäulen getragen, mit Nebelwänden wallend in bläulichem Duft, und zwischen den Kronen der Palmen schwebten in rosigem Gewölk schimmernde Engel in weißen Gewändern.« Mit einem Male war es wieder das kleine, einfache Zimmer. Die Fee, denn eine solche war es doch gewiss, hatte aufgehört zu spielen und sah sich freundlich nach der Prinzessin um. »Es ist gut, dass du da bist, Prinzessin«, sagte sie, »ich habe schon lange auf dich gewartet.« »Was ist das, was du tust?« sagte die Prinzessin, »oh, lehre mich das auch, es ist so herrlich.« »Ich bin Frau Musiker«, sagte sie, »und will dich alles lehren, was ich vermag. Denn in deines Vaters Lande hat man wegen des Üblen das Üblere getan und meine Kunst ganz verbannt und ausgerottet. Du aber bist ausersehen, das Rechte wiederherzustellen. Ich gebe dir zwei Zauberbücher, die enthalten alles. Das erste musst du ganz durchspielen, es ist minder schön, aber ohne das kannst du das zweite nicht verstehen. In dem zweiten steht nur ein Stück, es ist aber das Herrlichste, das je auf Erden gewesen ist. Ich brauche die Bücher nicht mehr, denn ich kann sie auswendig. Dann nimm diese Walnuss und bewahre sie wohl, sie enthält das Notwendige.« Damit fing die Frau wieder an zu spielen, und nun klang es so leise und süß wie ein Wiegenlied. Die Prinzessin machte die Augen zu und schlief ein. Als sie wieder erwachte, saß sie in ihrem niedlichen Zimmerchen auf dem Sofa, und vor ihr auf dem Tische lagen die beiden Bücher und die Walnuss. Sie holte sich sofort den Nussknacker und knackte sie auf. »Kling«, sagte es, als die Nuss aufging, und es klang wie das Schwirren einer Saite. Ein ganz wunderniedliches kleines Klavier war darin. Die Prinzessin setzte es auf den Tisch und dachte, das könne ihr auch nicht viel nützen, denn mit dem kleinen Finger konnte sie alle Tasten auf einmal bedecken. Aber mit einem Male fing es so an zu wachsen, dass sie es gar nicht schnell genug auf die Erde setzen konnte, sonst wäre es ihr vom Tisch heruntergewachsen. Als es ausgewachsen hatte, war es ein ganz natürliches, lebensgroßes Klavier. Die Prinzessin schlug gleich das erste Buch auf und fing an zu spielen. Zu derselben Zeit ging der König gerade über den Gang, denn er wollte auf dem Boden nachsehen, was seine Tauben machten. Mit einem Male hörte er die Töne des Klaviers erklingen. »Was«, sagte er, »in meinem eigenen Hause, es ist unerhört.« Dann horchte er und sagte, »es ist im Zimmer meiner Tochter, dies muss untersucht werden.« »Prinzessin«, sagte er, als er hineintrat, »um des Himmels willen, was machst du da?« »Ich spiele Klavier, Papa«, sagte die Prinzessin, »es ist das Schönste, was es gibt.« »Oh Gott«, sagte der König und sank auf seinen Stuhl. Ihm wurde ganz schwindelig, denn er wusste, die Prinzessin hatte ihren eigenen Willen. Dann erzählte er der Prinzessin alles. »Ja, lieber Papa«, sagte diese, »Klavierspielen muss ich nun einmal. Warum gibst du solche Gesetze? Und wenn du sie gibst, kannst du sie doch auch wieder aufheben.« »Ich kann mich doch nicht vor allen meinen Untertanen und vor der ganzen Umgegend blamieren«, sagte der König. »Sie haben mich sowieso schon oft genug ausgelacht.« Aber es half nichts, die kleine Prinzessin musste ihren Willen haben. Der König verfiel endlich auf einen Ausweg. Das Klavier wurde auf einen Wagen gesetzt und alles so eingerichtet, dass es ganz harmlos und unverdächtig aussah. Nun fuhr die Prinzessin alle Tage in den Wald mit ihren weißen Einhörnern, die ohne Kutscher auf den Ruf gehorchten. Wenn sie dann recht in der Einsamkeit angelangt war, schlug sie das Lederwerk zurück, das das Klavier einhüllte, und fing an zu spielen. Rings um den ganzen Wald aber waren große Tafeln errichtet, auf denen zu lesen stand, dass es jedermann aufs Strengste verboten sei, diesen Wald zu betreten. Es war sehr wunderbar, wenn die weißen Einhörner so verständlich in den weichen Sandwegen den Wagen einherzogen und die Prinzessin dazu eifrig Klavier spielte, dass es durch den Wald schallte. Eines Tages kam sie mit dem ersten Buch zu Ende. Am folgenden Morgen zog sie ihr neues Kleid an, das sie zum letzten Weihnachten bekommen hatte, setzte ihre kleine Sonntagskrone mit den Diamanten auf und fuhr mit dem zweiten Buch in den Wald. Auf dem schönsten freien Platze, der im Walde zu finden war, ließ sie die Einhörner halten. Sie schlug das Buch auf und fing an zu spielen. Wie klang das herrlich durch den Wald, es stieg von dem Klavier auf wie ein Springbrunn von Wohllauten und breitete sich aus ringsum. Bei den ersten Tönen standen alle Blätter im Walde still und lauschten, und alle Blumen, die in der Knospe waren, fingen an zu blühen. Dann schwoll es immer schöner an, und die Schmetterlinge hörten auf zu flattern und die Käfer auf zu kriechen. Aber als die Prinzessin weiterspielte, verstummten alle Vögel, kamen leise geflogen, setzten sich auf die Bäume, die um den freien Platz standen, und hörten zu. Dann hörten die Rehe und Hirsche auf zu älsen und die Hasen auf, Purzelbäume zu machen, und kamen herbeigelaufen und horchten. Immer herrlicher und voller erklang es, die Töne brausten durch die Wipfel und schwammen hinaus ins freie Land, und wer es hörte, der ließ alles stehen und liegen und folgte ihnen nach. Sie drang hinauf zu den Türmen der Astronomen und schwebten in die dumpfigen Studierzimmer der anderen. Die Astronomen hörten auf zu rechnen, wenn auch eben gerade das Fazit kommen wollte, die anderen legten die Feder oder das Buch fort und gingen sofort dem holden Klange nach. Selbst der große Denker hörte mitten im Satze auf zu denken und wanderte, wie er ging und stand, dem Walde zu. Der König war gerade dabei, sich zu rasieren, er stand in seinem Brokatschlafrock mit seiner Hauskrone auf dem Kopfe vor dem Spiegel und hatte gerade die eine Hälfte seines Bartes abgescharrt, als mit einem Male das herrliche Klingen durch das offene Fenster hineingeschwebt kam. Er legte sofort das Messer aus der Hand, wischte sich den Seifenschaum aus dem Gesicht, ergriff sein Spazierzepter und wanderte dem Walde zu. Unterwegs stieß er auf große Schalen seiner Untertanen, die alle den gleichen Weg zogen. Sie sprachen nicht miteinander, sondern zeigten nur zuweilen vor sich auf den Wald, woher die herrlichen Klänge kamen und schritten wacker für Bass. Unterdessen saß die Prinzessin an ihrem Klavier und spielte und wusste selber kaum, wie ihr geschah. Unter ihren Händen quoll es hervor in immer neuen Strömen von Wohllaut, und es war ihr, als würde sie emporgetragen und schwebe in einem goldenen Schimmer weit über der Welt und ihrer Niedrigkeit. Als nun das Stück zu Ende war, da stand das ganze Königreich versammelt um sie herum, und alle hatten Tränen in den Augen. Der alte König aber trat hervor, umarmte seine Tochter und sagte gar nichts, denn er war sehr gerührt. Dann spannten die Leute die weißen Einhörner aus und sich selber an den Wagen und brachten die Prinzessin im Triumph in die Stadt. Am anderen Tage aber setzte der König sich an seinen Schreibtisch und verfasste ein weises Gesetz, in dem das Klavierspiel wieder gestattet, durch viele verständige Paragraphen aber so eingeschränkt wurde, dass es nimmermehr so entsetzliche Wirkungen wieder hervorbringen konnte, als von ihm schon dagewesen waren. Und somit ist die Geschichte vom Zauberklavier zu Ende. Das waren einige der schönsten Märchen von Heinrich Seidel. Wenn sie dir gefallen haben, würde ich mich freuen, wenn du auf den Daumen hoch klickst. Wenn du magst, hören wir uns morgen wieder. Aber jetzt schlaf gut.